Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 61 vom, gucken, 23. Juni 2017, wie immer mit Ulf Burmeier und mit ... ... ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Zusammenkehren der Themen der Woche und wie immer ist das Pet prall gefüllt und wir fangen an mit dem most sexiest Thema der Woche, dem Steuerkonzept der SPD. Ja, das klingt sexy, aber immerhin muss man mal sagen, sie haben mal eins vorgelegt, das kann ja nie schaden und ich finde es interessant, denn es ist ja auch ein Steuerkonzept angekündigt von der Union und wir haben uns überlegt, stellen wir die beiden direkt gegenüber, aber das wäre wahrscheinlich doch etwas komplex geworden, deswegen fangen wir jetzt mal an mit dem SPD-Konzept, dann kann man das quasi en bloc sich mal überlegen, was das bedeutet und wir haben auch eine Reihe von Reaktionen eingesammelt, ein bisschen Kritik an diesem Steuerkonzept, um das dann auch aus der Perspektive der anderen Parteien zu beleuchten. Ist ja auch wichtig, weil wir natürlich immer rumgemosert haben am Schulz-Zug, dass der zwar irgendwie mal unterwegs war, aber keine Themen vor sich her getrieben hat und alles super diffus und dieses Steuerkonzept der SPD, was sie jetzt diese Woche vorgestellt haben, ist halt so, sagen wir mal, der erste massive inhaltliche Baustein, mit dem sie in diesen Wahlkampf ziehen und wo sie auch konkret Farbe bekennen und Zahlen nennen und was man wirklich so als politischen Vorschlag und politisches Konzept bezeichnen kann und deswegen haben wir gedacht, müssen wir das mal thematisieren und ist ja auch thematisiert worden im Lagezentrum. Genau, wir haben da also durchaus Recherche-Assistenz bekommen, darauf gehen wir gleich nochmal ein, was uns daran gut gefallen hat und was vielleicht etwas weniger gut, aber erstmal mitten hinein ins Thema, vielen Dank aber an alle, die sich Gedanken gemacht haben und Recherche investiert haben in das SPD-Steuerkonzept. Also, ja, es gibt ein relativ umfassendes Konzept der SPD, das man zusammenfassen kann mit dem Wort moderate Umverteilung. Es wird jetzt also nicht alles vom Kopf auf die Füße gestellt, aber die SPD möchte doch an einer ganzen Reihe von Stellstrauben drehen und es insbesondere Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen finanziell etwas besser geht. Genau, also, denn ich glaube, konzeptionell muss man nochmal sagen, das Problem an einfach so Steuersenkungen ist in der Regel, dass konzeptionell Besserverdiener oft besser wegkommen. Das, wenn man einfach nur sagt, beispielsweise, wir senken, sagen wir mal, die Steuern bis 40.000 Euro, dann profitieren alle da, die 40.000 Euro im Jahr verdienen, es profitieren aber natürlich auch alle, die 100.000 Euro verdienen, weil die natürlich bis 40.000 Euro dann auch weniger Steuern zahlen, aber die, die halt weniger verdienen, müssen trotzdem noch die Sozialabgaben zahlen und sind dadurch proportional stärker belastet und das geht die SPD jetzt an, dieses Problem. Ja, in der Tat. Also, es sind eine ganze Reihe von kleinen Maßnahmen, wie gesagt, keine Revolutionen, eine ganze Reihe von kleineren Maßnahmen, die aber doch, wie gesagt, zu einer moderaten Umverteilung führen, damit es eben dem, sagen wir mal, dem unteren zwei Dritteln, ja, was ja mehr als 90 Prozent der Menschen in Deutschland betrifft, etwas besser gehen soll finanziell. Beispielsweise, fangen wir damit mal an, soll der sogenannte Solidaritätszuschlag teilweise abgeschafft werden. Der Solidaritätszuschlag war ursprünglich mal ein Aufpreis quasi auf die Einkommenssteuer bestimmt für den sogenannten Aufbau Ost, ja, also zur Herstellung halbwegs gleichwertiger Lebensbedingungen in Ost und West, in beiden Teilen Deutschlands. Und der läuft ohnehin 2020 aus und die SPD hat sich jetzt überlegt, sie lassen den Solidaritätszuschlag ein bisschen noch bestehen, aber eben nicht für alle. Singles mit bis zu 52.000 Euro und Ehepaare mit bis zu 104.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sollen nämlich keinen Soli mehr bezahlen und die verbleibenden Lasten der Einheit sollen nur noch von den höheren Einkommen getragen werden. Das ist also genau das Gegenteil dessen, Philipp, was du gerade gesagt hast, da wird ganz gezielt das Steuerrecht so modifiziert, dass eben nur die Besserverdiener tatsächlich belastet werden. Und die Union wendet dagegen zum Beispiel ein, ja, Soli weg, okay, aber bitte für alle und zwar sofort. Das ist, wie gesagt, Union will das Konzept noch vorstellen, aber das ist schon so vernehmbar gewesen, dass viele Unionspolitiker gefordert haben, der Soli muss komplett weg. Klar, das ist ja auch legitim zu sagen, das muss für alle gleichmäßig gelten, das ist letztlich einfach eine Frage der politischen Präferenzen und das finde ich ist sowieso wichtig, bei diesem Steuerrecht gibt es in weiten Bereichen kein richtig und falsch. Es gibt bestimmte verfassungsrechtliche Grenzen, aber in weiten Bereichen gibt es kein richtig und falsch und dann gibt es halt einfach gerechter oder ungerechter, aber was man jetzt wiederum gerecht findet, ist natürlich auch eine Frage der subjektiven Haltung. Also ich finde, das ist gerade so ein echtes Spielfeld, wo Politik mal Schwerpunkte setzen kann. Die SPD sagt jetzt eben, naja, wir wollen halt nur die höheren Einkommen noch belasten mit einem kleinen Soli und die niedrigen Einkommen nicht. Die CDU sagt, wir wollen gar keine belasten, was im Ergebnis natürlich bedeutet, dass die Menschen mit hohem Einkommen bei der CDU besser wegkommen. Das mag attraktiv sein auf der anderen Seite, aber auch im Vergleich zur SPD einen geringeren Beitrag leisten zum Gemeinwohl. Aber die SPD will den Soli ja auch in Zukunft komplett für alle abschaffen. Ja, der soll auf Dauer auslaufen, das ist jetzt quasi ein Stufenmodell. Also das ist so ein bisschen der Unterschied, dass die Union sagt, eigentlich hätten wir den gern sofort abgeschafft und die SPD sagt, wir machen es erstmal für die unteren und später irgendwann für die oberen. Dann ist es aber interessant, wie die SPD auf dieses Problem reagiert, was ich eingangs beschrieben habe, nämlich dass einfach nur Steuersenkung in der Regel die Besserverdienenden besser abschneiden. Also ich glaube bei der letzten Steuerreform 2010, das hat jemand errechnet, Artikel verlinken wir, war das so, dass die Besserverdienenden, die schlechter Verdienenden insgesamt nur mit einem Prozent entlastet wurden und die Besserverdienenden mit 3,5 Prozent von ihrem Bruttoeinkommen. Ja genau, deswegen hat die SPD sich noch ein paar weitere Maßnahmen einfallen lassen, wie gesagt alles kleine Schritte, aber die dieses Problem so ein bisschen adressieren sollen. Beispiel Einkommenssteuersätze, der Spitzensteuersatz beträgt zur Zeit 42 Prozent und der soll sogar erst ab einem höheren Einkommen beginnen. Erst bei 42 Prozent, aber erst ab 60.000 Euro mit der Begründung, naja 60.000 Euro ist für ein Familieneinkommen jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn man ehrlich ist. Bisher 54.000. Bisher 54.000, das heißt der Spitzensteuersatz soll später anfangen, das soll eben sagen wir mal mittelgutverdienende Familien entlasten. Und außerdem um diese Lücke, die dadurch natürlich finanziell entstehen würde, soll ab 76.200 Euro der neue höhere Spitzensteuersatz von 45 Prozent erhoben werden. Also mit anderen Worten, sie erhöhen auch ein wenig, moderat drei Prozentpunkte die Steuern und das belastet natürlich wiederum höhere Einkommen und dann führt die SPD auch eine klitzend kleine sogenannte Reichensteuer ein, wie sie das nennt, nämlich ab einem Einkommen von 250.000 Euro, ja, das ist also schon, sagen wir mal, mehr als die Bundeskanzlerin verdient. Das sind dann also wirklich wohlhabende Menschen. Die sollen noch eine weitere, wie ich finde, sehr moderate Reichensteuer von drei Prozent auf den Spitzensteuersatz zahlen. Wahrscheinlich bedeutet das, dass dann im Ergebnis nicht nur 45, sondern 48 Prozent fällig sind. Aber auch das ist ja noch eine relativ moderate Belastung. Das heißt, die SPD ruft jetzt hier nicht quasi zum Klassenkampf auf, aber es wird eben, wie gesagt, die Stellschraube ist ein ganz bisschen auf mehr Umverteilung umgestellt. Letztlich ins gleiche Horn stößt die SPD beim Stichwort Erbschaftsteuer. Da vertritt sie, dass eine wirklich umfassende Reform in dieser Legislaturperiode nicht möglich gewesen sei, einfach weil die Union da nicht mitgemacht hat. Und sie möchte jetzt eine umfassende Erbschaftsteuerreform einführen mit weniger Ausnahmen und die soll vor allem höhere Einkommen treffen. Was du übersprungen hast, ist diese Abgeltungssteuer. Das ist ja auch noch ein ganz interessantes Thema, eine Abgeltungssteuer. Da werden sozusagen Kapitalerträge, also wenn du Zinsen beziehst oder Dividenden aus Aktien oder geben Gewinne aus Aktienverkäufen. Also eben nicht aus Arbeit Gewinne beziehst, sondern eben aus Kapitalerträgen. Die werden pauschal mit 25 Prozent besteuert. Und das empfinden halt viele als ungerecht. Dass du Millionen verdienen kannst mit Aktien und Spekulationen und etc. Und die aber pauschal mit 25 Prozent besteuert wird. Wenn du arbeitest und irgendwie was, 52.000 Euro oder 54.000 Euro im Jahr verdienst mit ich maloche jeden Tag und arbeite, da musst du dann auf einmal, fängst du an den Spitzensteuersatz zu zahlen. Das versteht kein Mensch. So und das finde ich auch, das leuchtet mir auch überhaupt nicht ein. Da sagt man immer ja, aber die gehen auch ein höheres Risiko ein, die da mit Kapital unterwegs sind und da hantieren und Gewinne machen. Aber finde ich, das ist kein ausreichendes Argument, um so ein Privileg zu rechtfertigen. Würde ich genau sehen, obwohl ich dafür auch profitiere mit den paar Geldanlagen, die ich habe. Aber trotzdem, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nie verstanden, woher eigentlich im Ergebnis Kapitalerträge nur zur Hälfte besteuert werden sollen. Und das ist ja in etwa ein hälftiger Bonus. Statt zur Zeit 42, bald 45 bis 48 Prozent, nur 25 Prozent. Das ist überhaupt nie einzusehen. Kurz und gut. Will die SPD abschaffen oder was will sie damit machen mit der Abgeltungssteuer? Ja, die Abgeltungssteuer als solche abschaffen und das bedeutet dann, dass diese Einkünfte dem ganz normalen Steuersatz unterworfen werden. Ja, also Kapitalertrag gleich Arbeitsantrag. Genau, also man kann natürlich schon sagen, dass es im Bereich geringere Einkommen dann auch eine Steuersenkung bedeutet. Das heißt also, wenn du geringe Kapitalerträge hast, dann werden die dann natürlich vielleicht auch nur mit deinem persönlichen Steuersatz von, keine Ahnung, 15 oder 20 Prozent. Genau, auch wenn du nämlich, keine Ahnung, 100 Euro Gewinn machst mit deinen Aktien, fällen auch 25 Prozent oder 25 Euro, zack, weg. Wobei, soweit ich weiß, konnte man sich dann quasi entscheiden, freiwillig, dass die Kapitalerträge der normalen Einkommenssteuer unterworfen werden. Ich meine, da gab es ein Objekt, bin ich ganz sicher. Ich meine, dann konnte man sagen, wir haben, ja klar. Aber wie dem auch sei. Also jedenfalls gibt es ganz viele. Grundsätzlich finde ich eine gute Idee. Ja, und es gibt einfach, das ist glaube ich das, was man daraus mitnehmen kann, aus den verschiedenen Vorschlägen zum Steuerrecht, dass die SPD ganz gezielt, wie gesagt, mit kleinen Eingriffen etwas mehr von den höheren Einkommen einnehmen möchte und im Gegenzug die unteren Einkommen und die mittleren Einkommen, gerade so Familien und Singles, etwas entlasten will. Genau, wir haben ja auch gesagt, die Steuerbelastung oder die finanzielle Belastung von geringeren Einkommen kommt vor allen Dingen auch durch nicht direkte Steuern, sondern eben sowas wie Sozialabgaben, ja, also die man halt zahlen muss und die halt für untere Einkommen dann auch durchaus hoch sein können. Und da ist es halt so, dass momentan die Krankenversicherungsbeiträge eben nicht hälftig gezahlt werden von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie das früher mal war. Oder wie das übrigens seit Bismarck war, seit Ende des 19. Jahrhunderts, das war also eine der Säulen der gesetzlichen Krankenversicherung, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig einzahlen. Genau, also jetzt Beitrag liegt bei 14 quietschprozent und das sind dann halt nicht sieben Prozent vom Arbeitnehmer und sieben Prozent vom Arbeitgeber, sondern eben der Arbeitgeber zahlt weniger und die SPD will wieder zurück zu dieser, wie das immer so heißt, hälftigen paritätischen Krankenversicherung, wo eben beide gleich viel zahlen, finde ich auch, würde ich sagen, klingt fair. Ja, klingt fair und man muss dazu ja auch wissen, dass das dann eben gerade die unteren Einkommen entlastet, weil in deren Portemonnaie sich diese Beiträge zu den Sozialversicherungen ja besonders hart auszahlen. Wenn man sehr viel Geld verdient, sind es nicht mehr so große Beträge, aber gerade wenn man vielleicht nur mit 1500 Euro nach Hause geht, dann merkt man eben auch 50 Euro. Ja, weil es auch sowas gibt wie diese Beitragsbemessungsgrenze, also du zahlst halt, ich glaube, ich weiß nicht genau, wo die liegt, aber die liegt irgendwie bei 5000 oder sowas Euro in der Regel, wenn du 7000 Euro netto verdienst, dann zahlst du halt, ist dein Kranken, dein Beitrag in die Krankenversicherung genauso hoch, als würdest du eben diese 5000 quietsch Euro verdienen, weil darüber bleibt der Beitrag einfach gleich. Das Museeauberlegen ist letztlich auch wieder eine Subvention für sehr gut Verdienende, warum eigentlich bleibt der Beitrag konstant, wieso eigentlich zahlen sehr gut Verdienende nicht mehr auf ihr gesamtes Einkommen solche Beiträge, ist überhaupt nicht einzusehen. Gut, ich meine, man kann natürlich argumentieren, das ist immer wieder so ein bisschen die Frage, wie sieht man die Dinge, man kann natürlich argumentieren, naja, egal wie viel du verdienst, du wirst ja nicht unbegrenzt mehr krank. Auf der anderen Seite endet dann eben auch die Solidarität bei einem bestimmten Einkommen und das ist wiederum das Gegenargument. Apropos Solidarität im SPD-Steuerkonzept findet sich auch ein ganzes Kapitel über Familienförderung und wir haben ja vor einigen Folgen schon mal das Ehegattensplitting angesprochen und uns ein bisschen die Frage gestellt, wie sinnvoll ist denn das eigentlich noch? Ehegattensplitting bedeutet, dass bei Ehegatten, die dieses Steuermodell gewählt haben für sich, de facto beide Steuern zahlen auf den Durchschnitt ihres Einkommens, ja, das heißt also, wenn der eine 60 verdient, 60.000 im Jahr, der andere 30.000 im Jahr zahlen beide Steuern, als würden sie 45.000 verdienen, könnte man sagen, ist ja egal. Nein, es ist nicht, weil eben die Steuertarife steigen, das heißt, je mehr man verdient, desto teurer wird es, quasi überproportional teurer und deswegen spart man auf diese Art und Weise beim Ehegattensplitting viel Geld, am allermeisten Geld spart man, wenn die Einkommen sehr, sehr unterschiedlich sind und das will die SPD moderat ändern, indem sie einen neuen Familientarif einführt. Die Ehen, die bislang nach dem Ehegattensplitting Steuern zahlen, können dabei bleiben oder können wechseln in den Familientarif und neu geschlossene Ehen sollen gleich nach diesem Familientarif besteuert werden und bei diesem Familientarif ist das Ehegattensplitting, wenn man so will, mit einer Kappungsgrenze versehen, es können also maximal noch 20.000 Euro auf den weniger verdienenden Partner übertragen. Also das heißt, wir beide sind verheiratet, du verdienst, ich verdiene 80, du verdienst 0, dann war es bisher so, wir teilen es durch zwei, jeder hat 40, es wird versteuert, jetzt kann ich aber nur noch 20 auf mich übertragen oder auf dich übertragen sozusagen. Zahl 20, du zahl 60. Der Effekt davon ist, dass Paare, die nach diesem neuen Tarif besteuert werden und ein sehr unterschiedliches Einkommen haben, unterm Strich etwas mehr Steuern zahlen, weil dieser Steuerspareffekt durch das Splitting, der eben bei großen Einkommensdifferenzen am stärksten ist, abgemildert wird, weil wie gesagt nur noch 20.000 Euro hin und her geschoben wird. Und wird damit auch dieser unangenehme Effekt des Ehegattensplittings beseitigt, dass es total attraktiv ist, für einen Ehepartner, meistens die Frau, zu Hause zu bleiben und gar nicht zu verdienen, weil jeder Zuverdienst erstmal dazu führt, dass Steuersparen. Ja genau, dieser Effekt oder diese letztlich, diese negative Anreizwirkung, diese ungünstige Anreiz wird dadurch abgemildert, dass eben Unterschiede nur noch in Höhe von 20.000 Euro ausgeglichen werden können, das heißt es lohnt sich dann für die Ehefrau gerade doch ein bisschen arbeiten zu können. Welche Rolle spielen Kinder in dieser ganzen Rechnung? Kinder spielen, weil das ist ja bei dem Ehegatten, da hätte ich mal so eine Kritik gewesen, das ist einfach dieses Institut der Ehe und man könnte ja sagen, ein Staat will eigentlich Kinder mehr fördern, die vielleicht früher mal nur im Rahmen solcher Ehen oder sowas zu denken waren, welche Rolle spielen Kinder? Also da gibt es ja schon seit längerem die Idee eines Familiensplitting, dass man zum Beispiel, wenn es zwei Eltern gibt, die verdienen und zwei Kinder, einfach quasi das Einkommen durch vier teilt, das Einkommen addiert und dann jeder Eltern und Kinder jeweils ein Viertel des Einkommens versteuern, das könnte man sich überlegen, das würde natürlich zu einem enormen Splitting-Effekt zugunsten von Eltern, von Kindern führen. Soweit geht die SPD jetzt nicht, dieses Familiensplitting gilt, soweit ich dieses Konzept verstanden habe, weiterhin auch nur für Verheiratete, aber für Nicht-Miteinander-Verheiratete gibt es immerhin in Zukunft einen sogenannten Kinderbonus, nach dem Konzept der SPD jedenfalls und das soll bedeuten, das besteht im Grunde aus einem Abzug von 150 Euro pro Kind und pro Elternteil, aber jetzt wird es etwas kompliziert, nicht von dem zu versteuernden Einkommen, wie das bislang war, dass man quasi Kinder so ein bisschen von der Steuer absetzen konnte, nein, sondern von der individuellen Steuerlast, das heißt ganz am Ende, wenn im Grunde schon ausgerechnet ist, wie viel Einkommensteuer man schuldet, kann man von diesem Steuerbetrag dann 150 Euro pro Kind abziehen, das heißt also, ein Paar mit drei Kindern und das Paar muss auch nicht verheiratet sein, das ist der Gag, anders als bei dem Familientarif, der wie gesagt, soweit ich es verstanden habe, auch nur für ihn gilt, gilt der Kinderbonus immer, sobald du Kinder hast. Also für Eltern sozusagen. Für Eltern, auch wenn du nicht verheiratet bist, das heißt auch ein, zum Beispiel ein unverheiratetes Paar mit drei Kindern kann 900 Euro abziehen, jeder der beiden kann jeweils 150 Euro pro Kind von seiner Steuerschuld abzahlen. Ja, okay, also Steuerschuld bedeutet, ich muss, keine Ahnung, 10.000 Euro Steuern zahlen und davon kann ich dann pro Kind 450 Euro, also bei drei Kindern, dann 450 Euro abziehen, bei drei Kindern, genau. Und 150 Euro pro Kind ist jetzt auch nicht enorm viel und dürfte die Kosten, die so ein Kind verursacht, also auch nicht im Ansatz ausgleichen, aber immerhin ist es mal ein Symbol. Was ich leider nicht gefunden habe, ist wie sich das verhält zum klassischen Kindergeld. Denn auch bisher gibt es ja schon ein Kindergeld, das entweder gezahlt wird in bar oder es gibt alternativ den Kinderfreibetrag, den man vom zu versteuernden Einkommen abziehen kann. Und was mit dem Kinderbonus und dem Kindergeld und dem Kinderfreibetrag ist, das habe ich dem Konzept nicht entnehmen können. Ich habe es so verstanden, dass an den bisherigen Regelungen nichts geändert werden soll und der Kinderbonus obendrauf kommt, sonst wäre es nämlich im Ergebnis kein Plus für Kinder oder für Eltern, aber das habe ich nicht hundertprozentig klären können. Also die Frage ist, wie wurde das jetzt aufgenommen und bewertet und da glaube ich kann man sagen, es findet sich eigentlich keine fundamentale Kritik daran. Es gibt natürlich Kritik von den Wirtschaftsverbänden, die kritisieren, dass halt Steuern nach oben gehen, also für hohe Einkommen, dass es eben nach oben geht. Aber zum Beispiel der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, also der größte Lobbyverband für die deutsche Industrie in Deutschland, der sagt, naja, also das sind dann so Wischiwaschi Zitate. Die gute Wirtschaftslage ist kein Freifahrtschein zum Ausruhen. Ich meine, was soll sowas? Er sei bei Entlastung von jährlich 15 Milliarden Euro, das müssen wir auch dazu sagen. Also die SPD, die Pläne laufen darauf hinaus, dass die deutschen Steuerzahler pro Jahr 15 Milliarden Pi mal Daumen plus minus Euro weniger zahlen müssen. Und da sagt er, es sei sehr zwiegespalten. Aber wie gesagt, und er sagt auch, der Soli, der soll bereits 2018 auslaufen, was wir gesagt haben, nicht erst irgendwann und für nur ein paar, sondern sofort für alle. Klar, ein bisschen was fordern kann man ein bisschen was fordern. Und Volker Kauder, wichtiger Mann bei der CDU, sagt irgendwie, das Steuerkonzept interessant sei, dass es eben genauso viel 15 Milliarden Euro nämlich entlassen soll, wie Wolfgang Schäuble, der das schon vor Wochen angekündigt hat. Er sagt also nichts Neues, nichts Überraschendes. Mag sein, aber Fundamentalkritik ist das irgendwie auch nicht. Die Juso-Chefin, Johanna Ueckermann, sagt, beklagt, es gibt keine Vermögenssteuer. Ja, die ist für sie noch nicht vom Tisch. Okay, Dietmar Bartsch von den Linken sagt, alles mutlos, das Konzept, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten sei richtig. Aber es geht ihm eben nicht weit genug. So, jetzt müssen die immer was haben. Die können nicht sagen, super Konzept, top, machen wir, sind dabei, sondern sind halt Oppositionen oder beziehungsweise Gegner im Wahlkampf. Und da muss natürlich mehr kommen. Interessant ist noch, dass es Umfragen gibt, wo die Bevölkerung sagt, SPD, Steuerkonzept, grundsätzlich sinnvoll, sagen zwei Drittel aller Bundesbürger nach einer Umfrage von YouGov. Wir verlinken das. Also insgesamt muss man sagen, das ist mit Wohlwollen und positivem Feedback aufgenommen worden. Ja, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, Kommentar von Kerstin Gammelin, schreibt, dass die SPD einen klugen Weg aufzeige, wie der Wohlstand in Deutschland mittels einiger Korrekturen bei Steuern und Abgaben gerechter verteilt werden kann. Und insgesamt, meint sie, liest sich das Konzept wie eine Bewerbung der SPD um den Chefsessel im Finanzministerium. Aber da muss man sagen, da kann man jetzt auch im Einzelnen drüber streiten. Die Punkte haben wir aufgezeigt, aber ich finde, das ist mal ein substanzieller und ernsthafter Beitrag für einen Wahlkampf. Also da kann man sich jetzt wirklich entscheiden, finde ich das gut, so wie das meinetwegen Familiensplitting geregelt ist, stört mich, dass über Kindergeld nicht genug gesagt wird, ja, stört mich, dass höhere Einkommen höher besteuert werden sollen oder nicht, ja. Aber da kann man sich jetzt zu verhalten, ja, da kann man das irgendwie gerechtfinden. Ich finde, das ist ein positiver Ansatz, dass auch die Umverteilung, finde ich, durchaus einen überzeugenden Ansatz, finde ich, kann ich mit leben und ja, Punkt. Ja, ich denke, genau, das Schöne daran finde ich vor allem, dass es ja offenbar einen Unterschied geben dürfte zum Konzept der Union. Das klingt so ein bisschen an, schon in dem, was Volker Kauder gesagt hat, offensichtlich will die Union das ein bisschen anders machen. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist ja auch Sinn und Zweck von Wahlen, dass man sich zwischen verschiedenen Konzepten entscheiden kann. Insofern finde ich das gut, dass es ein Konzept der SPD gibt und dass Wählerinnen und Wähler die Chance haben zu sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Genau. Zumal ja in der inneren Sicherheit, muss man ganz ehrlich sagen, SPD und Union überhaupt nicht mehr zu unterscheiden sind, weil die SPD ja alles mitmacht. Da kommen wir gleich noch zu, was die Union so gerne hätte und schlimmstenfalls gibt es wahrscheinlich auch in der SPD viele, denen es gar nicht genug Grundrechtsanschränkungen sein kann. Insofern, da gibt es wenig Unterschiede zwischen SPD und Union und umso besser, wenn es in der Sozialpolitik dann doch nochmal Akzente gibt. So, leider aus Sicht der SPD macht dieses Steuerkonzept aber nichts an den miesen Umfragewerten, unter denen der SPD und Martin Schulz zu leiden hat. Also die sind im Prinzip gerade mehr oder weniger wieder da, wo sie waren, bevor Schulz die Lok übernommen hat. Sonntagsfrage, habe ich gelesen, 25 Prozent für die SPD. Das ist natürlich echt bitter und das vielleicht hier so ein bisschen, deswegen haben wir das nochmal aufgeschrieben, ich habe sowohl Martin Schulz als auch Angela Merkel jetzt diese Woche live erleben können beim Deutschen Verbrauchertag, den Disclaimer wir übertragen haben mit unserem Streamteam. Also ich nicht, Philipp. Ja, genau, ich habe den übertragen mit ein paar Kollegen, live gestreamt einfach und also hatte ich die Gelegenheit Merkel und Schulz live mal zu erleben und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich fassungslos vom Vortrag von Martin Schulz. Ja, das finde ich ganz interessant, denn dazu haben wir ein O-Ton eingesammelt von einem der leitenden Redakteure der Süddeutschen Zeitung. Den haben wir nicht eingesammelt, sondern hat er quasi auf süddeutsche.de selber geäußert. Also nicht selber eingesammelt, das klingt immer so, als wären wir losgegangen, aber das gibt es diesen Videoblog da halt bei denen. Ja, jedenfalls haben wir den also rausgesucht und der hat einen ganz eigenen Blick auf Martin Schulz und den wollen wir euch erstmal gerade zu Gehör bringen. Aus Mitleid wird man nicht gewählt und trotzdem hat man den Eindruck, dass man Mitleid haben muss mit Martin Schulz. Er ist einer der besten Redner, der die deutsche Politik hat. Er kann emotional sein, er kann die Leute fassen, er kann sie packen, er kann sie fesseln, aber all das, was er eigentlich kann, gelingt momentan gar nicht. Genau und das kann ich wie gesagt nur bestätigen, nämlich Martin Schulz hat da eine Rede gehalten, bei der einem echt die Füße eingeschlafen sind. Also inhaltlich war das wahrscheinlich alles okay, aber ich habe mich gefragt, warum stellst du dich als Politiker vor da 500 Leute, warum hältst du vor Menschen eine Rede, warum schreibst du das nicht alles einfach auf Papier und stellst es ins Internet, weil du mit einer persönlichen Erscheinung vor Menschen einen Eindruck machen kannst. Das ist doch die Idee. Das ist eine emotionale Bindung, die da entstehen kann, da kann der Funke überspringen. Wenn du mit Leidenschaft da deine Thesen vorträgst, so wie das bei den Grünen offensichtlich passiert ist bei dem Parteitag, wo der Fraktionschef wirklich eine Wutrede gehalten hat und hinterher die Leute motiviert aus diesem Parteitag rausgegangen sind und haben gedacht, da geht noch was, ja, wir haben eine Identität. Martin Schulz stellt sich hin und hält eine Rede, wo man sich wirklich fragt, Alter, was willst du eigentlich noch? Du trägst das vor wie die Tagesordnung auf der Eigentümerversammlung deiner Mietswohnung, ja. Nein, das klingt wirklich abenteuerlich. Wir haben da vorhin mal reingehört, einfach mal einen O-Ton. Martin Schulz redet. Es geht darum, dass der, der Recht hat, auch Recht bekommt. Es geht uns nicht darum, dass das Recht des Stärkeren Vorrang vor der Stärke des Rechts hat. Es geht uns darum, dass die Digitalisierung für uns alle neue Chancen schafft. Deshalb fordern wir Transparenz, die richtigen Gesetze, aber wir fordern auch die Durchsetzung dieser Gesetze. Und ich muss sagen, da schlafen einem echt die Füße ein. Da frage ich mich wirklich, was will der Mann da, weißt du? Der geht da hin und hält, erzählt solche Sachen völlig blutleer, als wäre ihm das alles egal. So, und man hat wirklich das Gefühl, der hat diese Wahlen abgeschrieben. Ja, was den Eindruck Martin Schulz hat aufgegeben. Ich glaube, den Eindruck hatte ich wirklich da. Also, wenn du in Sachen, wenn du in Sachen Crowd Control, Enthusiasmus, Leidenschaft und Witz gegen Angela Merkel verlierst. Das ist, da liegt die Latte nicht so hoch, muss man sagen. Dann sieht es nicht gut aus. Ja, und vor allem deswegen haben wir den O-Ton von Prantl mal eingesammelt. Er kann es ja, es ist ja nicht so, dass Martin Schulz grundsätzlich so eine Schlaftablette wäre. Ich war jetzt nicht dabei, ich habe den Eindruck auch nur aus den O-Tönen, die Philipp mitgebracht hat. Insofern kann ich es nicht selber bestätigen, aber wie gesagt, Herbert Prantl hat von ihm ja einen völlig anderen Eindruck. Er sagt, er kann durchaus eine Rampensau sein, wenn er denn nur will und wenn das dann so gar nicht passiert. Und ich meine, das ist ja im Grunde fast seit seiner Vorstellung als Kanzlerkandidat so, dass wir immer alle gewartet haben. Ja, meine Güte, wann fällt denn jetzt der Startschuss? Wann geht es denn jetzt mal los mit dem Wahlkampf? Und wie gesagt, das Steuerkonzept ist immerhin inhaltlich mal eine Vorlage, die er geliefert hat. Das ist, sollte oder sollte sich im Wahlkampf auch auszahlen, denke ich mir. Damit kann man eigentlich, kann man Wähler, Wählerinnen und Wähler gewinnen, aber mit einer solchen Live-Performance vermutlich dann doch eher nicht. Und das ist wirklich, also da habe ich wirklich gedacht, ey, du bist mitten im Wahlkampf, Junge. Hier sitzen 500 Leute, auch Journalisten auf deutscher Verbrauchertag, auch SPD-Leute viele. Die wollen motiviert werden. Die wollen motiviert werden, da sind Verbraucherrechte, das war ein Homerun. Da hätte er gut was machen können, er hat ein bisschen was erzählt über Haftung und wir müssen das alles absichern. Da kannst du vom Leder ziehen und aus dem Vollen schöpfen. Nein, wie gesagt, klingt wie so ein gelangweilter Sextaner. Also ganz schlecht. Und wie gesagt, also dieses Gefühl, was ich da wirklich hatte, war, der will nichts mehr. Der will einfach nichts mehr. Der will nur noch September gut verloren, alles klar, zack, weg. Und dann ab nach Wöselin. Das ist natürlich tragisch, denn eigentlich erwartet man ja vom Spitzenkandidaten, dass er auch die Partei mitzieht, dass er die Partei motiviert. Insofern, ja, also aus Sicht der SPD ist das nicht gut. Und jetzt, ich weiß nicht, ich meine, wie viele Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl? Keine 100, glaube ich. Das heißt, also da müsste jetzt sehr schnell ein Ruck durch die Partei gehen. Und das finde ich so interessant, denn das ist ja passiert, als im Januar Sigmar Gabriel endlich die Bühne geräumt hat. Da ging ja ein Ruck durch die Partei. Aber wie man dieses Momentum so schnell wieder verlieren kann, ich glaube, das wird auch gerade die politischen Kommentatoren, noch einige Zeit beschäftigen, diese Effekte, die wir bei der SPD in 2017 gesehen haben, einzusortieren. Ich persönlich stehe da auch noch vor einem Rätsel. Also es wird ja jetzt immer die Analyse gehandelt, dass man den Genossen in Nordrhein-Westfalen versprochen habe, quasi dort den Wahlkampf nicht zu stören mit Bundesthemen, dass man einfach die örtlichen Wahlkämpfe einfach mal machen lassen sollte. Aber ja, trotzdem, ich meine, da ist der Preis schon ein bisschen zu hoch, wenn im Gegenzug auf Bundesebene der Schwung verloren geht. Ja, das ist eindeutig passiert. Wir haben diese Woche noch zwei andere heiße Themen zu beobachten gehabt und zu behandeln natürlich jetzt auch in der Lage der Nation, die vor allen Dingen dich auch auf Trab gehalten haben. Ja. Da geht es natürlich einmal um den Staatstrojaner, den der Bundestag jetzt quasi wie in so einem Doppeltrojaner-Mechanismus beschlossen hat, nämlich den Trojaner in so einem Trojaner-Gesetz. Ja, so von hinten, so keiner hat es gemerkt, kaum beraten, kaum beschlossen, am Zack ist es da. Worum geht es? Was ist jetzt die Lage? Der Bundestag hat in der Tat gestern am Donnerstag Ergänzungen der Strafprozessordnung beschlossen, die es erlauben, dass zum Zwecke der Strafverfolgung Schadsoftware eingesetzt werden soll, also Staatstrojaner eingesetzt werden sollen. Und der Trojaner im Trojaner ist darin zu sehen, dass das Bundesjustizministerium zwar schon seit Monaten einen fertigen Text hatte, wie diese Trojaner geregelt werden sollen, ihn aber einfach nicht veröffentlicht hat. Das heißt, sie haben keinen Gesetzentwurf richtig geschrieben, den sie dann der Öffentlichkeit vorgestellt hätten, zu dem zum Beispiel auch der Bundesrat hätte Stellung nehmen können. Das haben sie alles nicht gemacht. Stattdessen haben sie quasi ein längst laufendes Gesetzgebungsverfahren, wo es um vergleichsweise langweilige Dinge eigentlich ging, wie Richtervorbehalt bei Blutentnahmen im Straßenverkehr, wo man als Richter nichts zu prüfen hat, wenn die Polizei dir sagt, wir haben hier einen Besoffenen, der muss mal Blut entnommen kriegen, dann sagst du halt ja. Also das muss man offen sagen, dass da der Richtervorbehalt eingeschränkt wird, ist eine total sinnvolle Sache, deswegen war das so ein absoluter Selbstläufer. Und interessanterweise hat man dieses Gesetzgebungsverfahren jetzt quasi gekapert und über Änderungsanträge im Rechtsausschuss so gravierende Regelungen wie eben den Einsatz von Staatstrojanern noch hinten drauf gepackt. Das heißt, was gilt jetzt? Was gilt jetzt? Also noch gilt nichts, denn bislang hat nur der Bundestag entschieden, aber die Zustimmung des Bundesrats gilt als sicher. Und es gibt jetzt zwei neue Ermittlungsmethoden in der Strafprozessordnung, in allen Fällen, wo bislang zum Beispiel ein Telefon abgehört werden durfte oder ein normaler Internetzugang. Das waren im Jahr 2015 etwa 32.000 Fälle. In all diesen Fällen darf die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Zukunft stattdessen einen Trojaner einspielen. Wer entscheidet das? Wer entscheidet das? Das entscheidet ein Richter natürlich, wie bei jeder Telefonüberwachung, aber der Richter kann im Grunde nicht prüfen, welche konkrete Software eingesetzt wird, einfach weil das nicht im Gesetz steht. Im Gesetz steht nur, es darf eine Software eingesetzt werden, die muss so ein bisschen dem Stand der Technik entsprechen und so ein paar ganz grobe Voraussetzungen erfüllen. Aber es wird überhaupt nicht geprüft, was das eigentlich für ein Trojaner ist. Das heißt also nicht, welcher Hersteller, das ist nicht, ob der von irgendeiner Behörde geprüft worden sein muss oder von der Datenschutzbeauftragten, der Quelltext muss nicht geprüft werden. Das ist also ein Freifahrtschein, um irgendwas auf die Rechner und Smartphones der Bürgerinnen und Bürger einzuspielen. Und was befürchtest du, was wird dann für Software zum Einsatz kommen? Das große Problem ist ja, dass das Infizieren von Geräten wahnsinnig schwierig ist. Mit anderen Worten, da braucht man Sicherheitslücken. Diese Trojaner müssen im Prinzip auf jedes einzelne Gerät mit jeder einzelnen Softwareversion genau abgestimmt sein. Du kannst ein Android nicht mit einem iPhone-Trojaner infizieren und das iPhone mit iOS 10 nicht mit demselben Trojaner wie für iOS 10.1, 10.2. Das heißt also, du brauchst theoretisch ohne Ende Trojaner. Und bislang sind die deutschen Behörden völlig überfordert. Nach dem Skandal um den Bayern-Trojaner 2011 gab es große Versprechungen. Wir setzen jetzt nur noch eigene Trojaner ein, die das BKA selbst entwickelt. Und auch fünf, sechs Jahre später gibt es nur einen Staatstrojaner, der nur Windows-PCs infizieren kann. Das heißt, wenn ich ein Mac einsetze, wenn ich Linux einsetze, wenn ich ein Smartphone einsetze, bin ich raus. Und angeblich sollen die Trojaner ja vor allem zur Überwachung von WhatsApp dienen. Mit anderen Worten, die Behörden kommen nicht hinterher. Und jetzt ist die spannende Frage, was wird denn passieren? Die haben da jetzt Rechtsgrundlagen zum Einsatz von Trojanern. Das heißt, sie dürfen das? Sie dürfen das. Sie dürfen das auch in 32.000 Fällen oder wahrscheinlich in Zukunft auch in 35.000, je nachdem wie viele Anträge halt gestellt werden. Also jedenfalls 10.000 von Fällen im Jahr, wo ein Trojaner eingesetzt werden könnte, rechtlich. Das Problem ist, sie werden es technisch nicht auf die Reihe kriegen. Und dann ist die Frage, was passiert? Werden sie dann diese bislang selbsterklärten hohen Qualitätsstandards, hier Quelltex muss offen sein, nur selbstentwickelte Trojaner und so, keine shady Trojaner von irgendwelchen dubiosen Firmen mehr. Werden sie diese hohen Ansprüche dann einhalten oder werden sie sagen, tut uns wahnsinnig leid, unsere eigenen Trojaner sind zu schlecht, wir kommen nicht hinterher mit der Entwicklung, kaufen wir doch mal bei den Israelis irgendwas ein. Wissen wir zwar nicht, was die Software genau macht, aber immerhin tut sie es. Und was ist deine Prognose? Warte mal, Philipp, was passiert? Also ich halte es für völlig undenkbar, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie eine bestimmte Maßnahme einsetzen dürfen, es aber technisch nicht auf die Reihe kriegen mit eigenen Mitteln, dass sie es dann einfach sein lassen. Halte ich für ausgeschlossen. Und das heißt, sie bedienen sich irgendwelcher Quellen, sie kaufen irgendwo bei Firmen, gibt es genug, die sowas herstellen, auf der ganzen Welt, sie kaufen ein. Und was ist deine Befürchtung? Das Problem ist halt einfach, dass das dann die Blackbox ist. Niemand prüft dann mehr, was für eine konkrete Funktion diese Software auf den Geräten hat. Ob die zum Beispiel wirklich dann nur von der Polizei genutzt werden kann oder ob da auch noch zum Beispiel, also wesentliche Hersteller in dieser Szene sitzen in Israel, deswegen bringe ich immer dieses Beispiel, sitzt dann da auch in Israel noch jemand, der mal so ein bisschen guckt, was da auf dem Handy vor sich geht. Das weiß einfach niemand. Die Polizei wird, das ist meine düstere Vorhersage, wird einfach dubiose Software einsetzen, weil sie es mit eigenen Mitteln nicht auf die Reihe kriegen wird. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Nochmal die Frage. Das gilt aber jetzt, wenn du jetzt sagst, was darf denn jetzt, wir waren bislang bei der Quellen-TKÜ, das ist eben diese Maßnahme, die eingesetzt werden kann unter diesen sehr großzügigen Voraussetzungen, die für die normale Telefonüberwachung sonst gelten. Daneben gibt es aber auch noch die Maßnahme der sogenannten Online-Durchsuchung, wo das System, das man da infiziert, das Smartphone, der Computer, komplett überwacht wird. Also nicht nur laufende Kommunikation, wie E-Mail oder WhatsApp, sondern alles, was gespeichert ist. Fotos, alles was auf dem Handy ist. Und auch das geht jetzt im Rahmen der Strafverfolgung? Auch das geht im Rahmen der Strafverfolgung. Das geht nahezu in allen Fällen, wo man sonst nur ein Telefon abhören dürfte. Da gibt es einen etwas kürzeren Straftatenkatalog. Aber auch dort ist der Katalog extrem weit gefasst. Da sind auch so Sachen drin wie Hehlerei zum Beispiel, sofern sie von einer Bande begangen wird. Da gibt es keine Grenze, dass eine bestimmte Strafverwartung gelten soll. Also normalerweise sagt man ja, wenn man wissen will, wie schlimm ist eine Straftat, dann sagt man, naja, also fünf Jahre zum Beispiel wäre ein sinnvolles Kriterium, dass im Einzelfall fünf Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten sind. Das ist aber auch nicht vorgesehen im Gesetz. Das heißt also, in nahezu allen Fällen, wo man sonst einfach nur ein Handy abhören dürfte, darf jetzt das Handy mithilfe eines staatlichen Trojaners komplett ausgeforscht werden. Und ganz wichtig, das gilt nicht nur für Handys und Computer, das gilt für jedes IoT-Device. Wenn du dir ein Amazon Echo in die Wohnung stellst, kann die Polizei sich da reinhacken und hat dann quasi einen großen Lauschangriff durchgeführt. Völlig legal. Also braucht natürlich einen Beschluss, aber dann darf sie deine Wohnung per Amazon Echo abhören. Dann darf sie auch deine Webcam hacken. Dann darf sie dein Smart-TV hacken, wenn das eine Kamera hat oder ein Mikrofon. Und die technischen Limitierungen sind bisher, dass sozusagen von staatlicher Seite da wenig bis gar nichts entwickelt wurde und dass sie sozusagen großen Anreiz haben, sich auf dem Markt, und das gibt es ja, es gibt ja diese Software, diese Software gibt es ohne Ende zu kaufen, dass sie sich bedienen und jetzt sozusagen bei relativ banalen Vergehen anfangen zu ermitteln und eben diese Software einsetzen. Aber dann heißt es doch immer, es gibt einen Richtervorbehalt. Richtig, es gibt einen Richtervorbehalt, nur ganz ehrlich, was soll denn ein Richter konkret prüfen? Also ist es denn wirklich realistisch anzunehmen, dass ein Richter oder im Fall der Online-Durchsuchung eine Kammer bei einem Landgericht oder später dann auch einmal ein ORG-Senat, ist es denn realistisch anzunehmen, dass die sich den Quelltext des Trojaners vorlegen? Und selbst wenn sie das tun, ist es realistisch, dass sie den Quelltext verstehen oder einen Sachverständigen beauftragen, der ihnen erklärt, was der Quelltext tut? Und ist es realistisch, dass sie prüfen, ob die Software, die auf dem Gerät aufgespielt wird, tatsächlich die ist, die aus diesem Quellcode übersetzt wurde? Das ist doch völlig unrealistisch. Der Richter oder die Richterin könnte das vielleicht theoretisch tun, aber in der konkreten Situation eines Strafverfahrens wird all das nicht passieren. Das heißt, deswegen habe ich im Bundestagsrechtsausschuss von einem Trojaner-Blindfluggesetz gesprochen, ein Trojaner-Blindfluggesetz, weil das, was der Bundestag macht, ist ein Blankoscheck für die Strafverfolgungsbehörden, alles mögliche einzusetzen, was sie irgendwie auf dem Schwarzmarkt kaufen können. Es ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, in dem Gesetz nirgends formuliert, auch nicht mit so einer Verordnungsermächtigung, wie genau diese Trojaner-Software aussehen soll. Also mit, wo drinstehen könnte, dies und dies und dies und dies und dies darf sie können, dies und dies darf sie nicht können, so und so muss sie spezifiziert sein. Nicht mal das steht da drin. Da steht, also ein ganz paar Anforderungen stehen natürlich drin, dass sie nach dem Stand der Technik dagegen gesichert sein müssen, dass es keine Dritten nutzen. Das steht zum Beispiel drin und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Das Problem ist bloß, wenn du den Quelltext nicht hast und wenn niemand neutral, objektiv den Quelltext prüft, dann kannst du doch nur auf das vertrauen, was der Hersteller sagt. Und genau das wird passieren. Dazu muss man jetzt noch nicht mal irgendwie verschwörungstheoretisch drauf sein. Wenn die Strafverfolgungsbehörden eine Möglichkeit haben, rechtlich, und sie aber das technisch nicht auf die Reihe kriegen, dann muss man nur eins und eins zusammenzählen, was die dann tun werden. Dann werden sie irgendwelche gruseligen Trojaner von irgendwelchen Halbweltunternehmen einkaufen. So, jetzt ist ja immer noch die Frage, also, sie dürfen das im Rahmen der Strafvermittlung jetzt nicht nur laufende Kommunikation mit der Quellentikaü ablauschen, sondern sie dürfen auch ganze Festplatten durchsuchen in dieser genannten Zahl von Straftatenkatalog. Genau, sie dürfen dein Smart-TV zur Wanze machen, sie können alles machen, was man sich als Hacker so vorstellen kann. Sie werden dafür wahrscheinlich Software einkaufen. Und jetzt ist noch die Frage, ich wollte nur eine Begründung noch liefern, das klingt jetzt vielleicht so verschwörungstheoretisch, wenn ich sage, die werden das tun. Die werden das deswegen tun, weil sie das bisher auch gemacht haben. Also, wenn man sich das mal anschaut, 2011, Bayern-Trojaner, da gab es noch überhaupt gar keine Rechtsgrundlage für Staatstrojaner. Gleichwohl hat das Landeskriminalamt Bayern bei einer gruseligen Firma aus Nordrhein-Westfalen, der Firma DigiTask, nämlich einen Trojaner eingekauft, den der CCC in die Finger bekam und analysiert hat. Kann man sich angucken auf der CCC-Homepage, da kann man den sogar runterladen, wenn man das möchte, was der so alles konnte. Und da muss man sagen, da war dem Landeskriminalamt offensichtlich völlig egal, was mit dem Rechner des Beschuldigten passieren würde. Dieser Trojaner konnte von beliebigen Dritten ferngesteuert werden, dagegen Datenverkehr unverschlüsselt in die USA und so. Also, das war wirklich ein Potpourri an IT-Grausamkeiten. Und da gab es überhaupt gar keine Rechtsgrundlage. Und jetzt werden sie sagen, wir haben das sogar eine Rechtsgrundlage, es stellt euch mal nicht so an. Wir haben den Trojaner von dieser super glaubwürdigen Firma namens So und So gekauft und die haben uns mit treuem Hundeblick versichert, dieser Trojaner ist total sauber. Und dann werden sie das machen. So, dann kaufen sie die Software und dann rufen sie den Verdächtigen an und sagen, hier installier mal bitte, wir haben da so eine kleine Software für dich. Oder wie kommt dieses Zeug auf die Geräte? Das ist im Gesetz auch überhaupt nicht geregelt. Das können sie quasi machen, wie sie wollen. Also in dem Fall des Bayern-Trojaners war es ja so, dass der Rechner bei einer Grenzkontrolle mal dem Beschuldigten weggenommen wurde. Da ist man in den Hinterzimmer gegangen und hat da den Trojaner eingespielt. Das ist natürlich etwas schwieriger, weil es so auffällig ist. Man ist es ja nicht so ganz einfach, den Leuten ihren Laptop mal eine Weile, ein paar Minuten wegzunehmen. Und beim Smartphone ist es noch schwieriger. Deswegen sagen jedenfalls die Experten des CCC, realistisch ist eigentlich nur, dass man Sicherheitslücken nutzen wird. Man wird also irgendwelche Sicherheitslücken nutzen, die normalerweise die Programmierer von Trojanern auch einsetzen. Kriminell. Also kriminell, genau. Man wird dieselben Methoden einsetzen, die normalerweise kriminelle einsetzen, um uns irgendeinen Verschlüsselungstrojaner wie WannaCry auf die Platte zu packen. Genau. Und da haben wir ja vor ein paar Folgen schon drüber geredet, dass jetzt staatliche Stellen einen enormen Anreiz haben, solche Sicherheitslücken, wenn sie sie denn finden, eben nicht zu melden und abzudichten, damit wir da nicht alle gegenrennen und davon geschädigt werden, wie bei WannaCry geschehen. Sondern sie haben einen extrem hohen Anreiz, diese für sich zu behalten, weil sie sie ja potenziell nutzen können, um solche Schadsoftware, Überwachungssoftware auf unsere technischen Geräte zu kriegen. Ganz genau. Das heißt also, Millionen von Rechnersystemen auf der ganzen Welt werden in Zukunft unsicherer sein, weil deutsche Behörden sich sagen, melde ich den Fehler an Microsoft, ach nö, lege ich mal in die Schublade, wer weiß, wann wir mal jemanden hacken wollen. Genau dasselbe natürlich auch für Android oder iPhones oder was immer man sich so vorstellt. Du hast gesagt, im Bundestag ist es durch. Ja, im Bundestag ist es durch. Bundesrat wahrscheinlich auch. Wie geht es denn weiter? Welche Möglichkeiten gibt es, das irgendwie aufzuhalten? Also man muss ganz deutlich sagen, im Bundestag ist es beschlossen worden, gegen immerhin die Stimmen von zwei Leuten aus der großen Koalition, nämlich Saskia Esken und Lars Klingbeil, die beiden netzpolitischen Sprecher der SPD, haben angekündigt dagegen zu stimmen und ich gehe davon aus, dass sie das auch gemacht haben. Und dann habe ich noch von einem Dortmunder Abgeordneten gehört, nämlich Marco von Bühle oder Marco Bühle, bin ich ganz sicher, der auch auf Twitter gesagt hat, er ist dagegen, also zwei oder drei haben dagegen gestimmt, aber die anderen waren dafür. Muss man sich auch fragen, warum eigentlich, aber so ist es halt und ich gehe auch davon aus, dass der Bundesrat zustimmen wird und dann bleibt wie so oft nur der Gang zum Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es wird jetzt geprüft, gerade auch die GFF zum Beispiel, deren Vorsitzender, ich habe in der Gesellschaft für Freiheitsrechte, prüft gerade, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt und ich bin mir sehr sicher, dass wir eine Verfassungsbeschwerde erheben werden. Das ist noch nicht formell entschieden, aber ich bin mir da sehr sicher, wir stehen auch schon mit einer Reihe von Beschwerdeführerinteressenten im Kontakt. Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, jetzt mal aus der Perspektive des GFF-Vorsitzenden, dass wir in dem halben Jahr, wo wir in der Öffentlichkeit sind, offensichtlich schon diese Position erarbeitet haben, dass die Menschen, wenn es darum geht, Verfassungsbeschwerde zu erheben, an uns denken. Also ich habe gerade eben noch vor der Sendung mit einem Anwalt telefoniert, sehr renommierten Strafverteidiger, der auch schon viele Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe vertreten hat, jetzt im Herbst gerade wieder eine mündliche Verhandlung haben wird in Karlsruhe. Der hat mich angerufen und sagt, hier Ulf, wie sieht es aus, wollen wir das zusammen machen? Also das ist natürlich schön zu sehen, ja in diesem ganzen Elend Staatstrojaner ist es schön zu sehen, dass die GFF offenbar schon ganz gut positioniert ist. Aber was ist denn das Argument? Ich meine, die Innenminister sagen, hey, wir müssen an diese verschlüsselten Messenger-Kommunikationen ran. Wir haben über die Innenministerkonferenz gesprochen, wir haben gesagt, das ist alles nur Plan und heiße Luft und jetzt ist es aber doch auf einmal da. Ja, auch darüber hatten wir gesprochen, dass das wahrscheinlich so um die Ecke kommen wird, aber das ist deren Argument. Kriminelle kommunizieren mehr und mehr, weiß ich nicht, aber Common Sense sagt, durchaus möglich, über verschlüsselte Messenger, von denen es ja auch immer mehr gibt. Wie sollen die denn da rankommen? Man muss halt einfach sagen, klar, das ist ein Problem. Es gibt einfach eine ganze Menge an Kommunikation, die durch eine normale Telefonüberwachung nicht mehr zu erfassen ist. Aber da muss man sagen, man kann die lieben Leute ja auch einfach festnehmen und die Handys beschlagnahmen. Wenn man die Handys aussieht, findet man auch eine ganze Menge. Ich habe bislang in meiner Karriere da in Moabit noch keinen Fall gehabt, wo das Handy so verschlüsselt war, dass man nicht rankam. Klar gibt es, der FBI-Fall um das Handy von San Bernardino zeigt es im vergangenen Jahr. Es gibt natürlich Handys, die so gut verschlüsselt sind, dass man nicht rankommt. Aber das hatte ich jedenfalls noch nicht, wird es aber sicher geben. Aber jedenfalls ist das eine naheliegende Möglichkeit, die Leute festzunehmen, die Handys zu beschlagnahmen und auszuwerten. Also die Ermittler sagen aber, na gut, aber dann ist quasi unsere Ermittlung offen. Dann ist der Verdächtige gewarnt und wenn wir ihn aber erstmal überwachen können, finden wir mehr raus und er ist nicht gewarnt und der Fall ist erfolgreich wahrscheinlich beendet. Na gut, also ob das tatsächlich so ausschlaggebend ist für die Ermittlung, weiß man nicht. Es ist natürlich ein taktischer Vorteil, wenn man zunächst mal geheim ermitteln kann. Das liegt auf der Hand. Aber die Frage ist immer, ist uns dieser taktische Vorteil, so relevant er auch sein mag, ist uns dieser taktische Vorteil alleine es wert, die IT-Sicherheit deutschlandweit und weltweit massiv zu beeinträchtigen und diese, wie gesagt, ausgesprochen fragwürdigen Trojaner einzuspielen. Und dann ist die zweite Frage, wenn man das denn tatsächlich meint, machen zu müssen, muss man es dann nicht rechtsstaatlich beschränken auf wirklich krasse Fälle. Ja, das ist ja nicht nur eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, Trojaner ja oder nein. Es gibt ja auch heute schon Regeln für den Staatstrojaner im BKA-Gesetz, da aber dürfen die nur zur Terrorabwehr eingesetzt werden und da muss ich ehrlich sagen, das hat das BKA sehr verantwortungsbewusst genutzt, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Da gibt es irgendwie eine einstellige Zahl an Fällen in den letzten acht, neun Jahren, wo sie das gemacht haben. Klar, es gibt auch technische Probleme, wie gesagt, aber das BKA hat das aus meiner Sicht vernünftig eingesetzt, nämlich ganz selten und offenbar nur in krassen Fällen. Was jetzt aber passiert, ist ja eben der Masseneinsatz von Trojanern und das steht grundrechtlich betrachtet auf einem ganz anderen Blatt. Gut, soweit vielleicht zu dem Thema, oder? Genau, also was vielleicht noch ganz interessant ist, das ist jetzt so ein bisschen politisch auf der Meta-Ebene, warum eigentlich gibt es so wenig Protester gegen Fälle? Passt du eine Ahnung? Ja, ich glaube, die Leute sind abgestumpft. Ich bin nochmal gespannt, ich bin nochmal gespannt, wie jetzt die Reaktionen hier auf diesen ja auch ausführlichen Beitrag in der Lage sein werden. Ich glaube, die Leute haben sich einfach dran gewöhnt. Es wird überwacht, naja, mein Gott, Merkels Handy wurde auch abgehört, wurde gesagt, geht gar nicht, passiert ist nichts. So, so what? Und die Polizei wird schon richten und es gibt ja den Richtervorbehalt und jetzt regt euch mal nicht so auf. Also du meinst, die Leute haben sich im Prinzip in 1984 so ganz gemütlich eingegangen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so dieser Impuls, ja mei, also wer um alles in der Welt sollte mein Handy abhören wollen? Ja, ich lasse mir doch nicht zu Schulden kommen, ich lebe hier und die Polizei wird mein Handy nicht abhören. Ich glaube, das denken 95 Prozent der Leute. Ja, das, das denken die alle, das ist sehr interessant, das denken ja sehr viele Menschen, dass sie nie ins Visier der Strafverfolgungsbehörden werden. Und was ist dein Argument dagegen? Naja, ganz ehrlich, also zum einen finde ich, sollte man sich eigentlich nicht nur für die Dinge interessieren, die einem selber unmittelbar passieren, sondern ich denke, so eine gewisse, auch rechtsstaatliche Solidarität finde ich schon eine ganz gute Idee. Also ich persönlich habe auch die Hoffnung, dass ich nicht so schnell Beschuldigter eines Strafverfahrens werde. Also jedenfalls nicht außerhalb des Straßenverkehrs. Also das kann leider jedem sehr schnell passieren. Selbst als Fahrradfahrer kann man einen Fußgänger umfahren und schwuppdiwupp hat man ein Ermittlungsverfahren an der Backe wegen fahrlässiger Körperverletzung. Also das muss man sagen, jeder kann sehr schnell Beschuldigter werden. Aber ich hoffe, dass es jedenfalls mal keine Vorwürfe sind, die eine TKÜ rechtfertigen würden. Aber trotzdem interessiert es mich aus rechtsstaatlicher Perspektive, dass der Staat sauber arbeitet. Das Argument dahinter ist immer, dass man in einem Strafverfahren jemandem ja einen Rechtsbruch vorwirft. Man sagt, du hast das Recht gebrochen und deswegen wirst du bestraft. Und ich finde es einfach völlig unplausibel, wenn der Staat auf dem Weg zu einer Verurteilung selber das Recht bricht. In diesem Fall vielleicht dann nicht die Strafprozessordnung, weil die ja eben so Freifahrtscheine für Trojaner jetzt vorsehen soll. Aber jedenfalls das Grundgesetz. Und denn das ist das Besondere. Da sind wir noch nicht darauf eingegangen. Das will ich jetzt auch nicht mehr ganz aufrollen. Nur in einem Stichwort. Die Regeln sind einfach sehr weit gefasst. Das heißt, es gibt Vorgaben aus Karlsruhe für den Trojanereinsatz. Zum Beispiel darf mit einer Quellenticker immer nur die laufende Kommunikation überwacht werden. Was der Trojaner jetzt aber können soll, ist, er soll Handys und Festplatten durchsuchen, ob da vielleicht Kommunikation passiert ist in der Vergangenheit, aber in einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich meine, da weiß man halt einfach, das hat Karlsruhe sich anders vorgestellt, das hat Karlsruhe anders reingeschrieben. Und da gucken einen dann die Abgeordneten an und sagen, das mag ja sein. Wir machen das jetzt mal so und bis Karlsruhe entscheidet, schauen wir mal. Also das Gesetz ist auch eine krasse Provokation gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Es ist die ganz klare Ansage, ihr lieben Karlsruher, das ist ja schön, was ihr da macht, aber wir machen es anders. Und dann hebt es uns halt wieder auf. Ist uns egal. Wir machen das einfach mal. Und ich glaube halt auch, was noch mit reinspielt ist, wenn du sagst Amazon Echo. Leute, die sich ein Amazon Echo ins Wohnzimmer stellen oder in die Küche oder zwei davon. Und dann nehmen die in Kauf, dass halt alles, was gesprochen wird in dem Haus. Musst du dir mal vorstellen, ja. An Amazon gesendet wird. Oder an Google gesendet wird. Freiwilliger großer Lauschangriff. Das muss man sich mal reintun, ja. Und dass solche Leute dann nicht an die Decke gehen und sagen, wow, da könnte aber die Bundesregierung oder Staatsanwaltschaft oder irgendwie kommen und da uns einen Trojaner reinsetzen, der das Mikrofon abhört und mitschneidet, dass das für die kein Gefahren und Aufregungsszenario ist, wundert mich nicht. Tja, also ich weiß auch nicht. Aber genau, also Punkt. Muss man, glaube ich, einfach mal so sagen. Wird mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, warum das irgendwie keine Sau interessiert. Noch ein anderes Thema, was auch keine Sau so in den breiten Medien interessiert, ist die Vorratsdatenspeicherung. Oh, das verglaube ich nicht, Philipp. Das sind doch mal richtig gute Nachrichten, die wir da diese Woche zu vermelden haben. Ja, nach diesem, nach dem Tiefschlag Trojaner gab es nämlich eine, eine wirklich, wirklich großartige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Was hat das denn entschieden? Das ist ein, es ist wie ein ganz lustiger Fall. Also es soll ja, das muss man dazu sagen, ab 1. Juli soll halt diese Vorratsdatenspeicherung in Kraft treten. Tut sie auch. Tut sie auch. So, tut sie auch. Und daran erinnert jetzt auch dieses Urteil nichts. Ja, aber, wenn ich so richtig verstehe, hat dieses Urteil eine Türspalt geöffnet, um diese Vorratsdatenspeicherung de facto ins Leere laufen zu lassen. Genau, das ist eine Idee im Grunde auch aus dem vergangenen Sommer. Erzähl erstmal, was passiert. Was hat das entschieden, das Gericht? Ja, da muss man ganz kleines bisschen ausholen. Kläger in diesem Verfahren oder Antragsteller, je nachdem, ist eine Firma aus München namens Spacenet. Spacenet ist ein Internetprovider, der insbesondere Internetzugangsdienste anbietet für gewerbliche Kunden. Also relativ wenige Firmenkunden. Und der müsste jetzt normalerweise ab dem 1. Juli alle möglichen Daten über den Internetverkehr der Kunden speichern. Das will Spacenet nicht, weil natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, aber das Argument, das rechtliche Argument ist, dass die Vorratsdatenspeicherung mit Europarecht nicht vereinbar sei. Deswegen hat Spacenet einen ganz interessanten Move gemacht. Sie sind nicht zum Bundesverfassungsgericht gegangen, das haben viele andere gemacht, sondern sie sind zum Verwaltungsgericht nach Köln gezogen. Nach Köln, weil es zuständig ist für die Bundesnetzagentur, die wiederum in Bonn ihren Sitz hat. Und sie haben quasi vor dem Verwaltungsgericht Köln beantragt, dass das Gericht sagt, hey, die Anforderungen, die die Bundesnetzagentur an euch Spacenet stellt, wie ihr die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen habt, diese Anforderungen sollen bitte auf Eis gelegt werden, weil die Vorratsdatenspeicherung eben mit Europarecht nicht vereinbar ist. Vor dem Verwaltungsgericht Köln hat Spacenet verloren. Das Verwaltungsgericht hat nämlich gesagt, nö, interessiert uns alles nicht, was der Europäische Gerichtshof entschieden hat und das ist ja hier auch nur ein Eierverfahren und so. Wir lassen das jetzt alles mal laufen. Dagegen ist Spacenet dann zu diesem Oberverwaltungsgericht nach Münster gegangen. Das ist also für ganz Nordrhein-Westfalen das eins höhere Verwaltungsgericht. Und das Oberverwaltungsgericht hat jetzt in einer ganz ausführlichen Entscheidung gesagt, nicht nur Spacenet muss nicht speichern, das ist dadurch das Ergebnis, sondern das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, die ganzen Normen, die die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland regeln, vor allem Gesetze oder Paragrafen aus dem Telekommunikationsgesetz, sind von A bis Z komplett mit Europarecht nicht vereinbar. Das ist also eine ganz ausführliche Entscheidung. Sie referieren viele Seiten lang die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Es gibt ja aus Luxemburg zwei Entscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung. Eine war noch so, da ließ noch so ein ganz bisschen Luft und die zweite aus dem Dezember 2016 hat einfach deutlich gemacht, eine Vorratsdatenspeicherung, die alle Menschen betrifft, unabhängig davon, wie groß eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie mal Straftaten begehen oder dass von ihnen eine Terrorgefahr zum Beispiel ausgeht, die ist nicht okay. Man muss die Vorratsdatenspeicherung begrenzen auf bestimmte Menschen, bestimmte Situationen und wenn man das mal als Maßstab nimmt, dann sind die deutschen Normen glasklar nicht damit vereinbar und das hat das Oberverwaltungsgericht in bemerkenswerter Deutlichkeit ausgesprochen. Aber dieses Urteil betrifft jetzt ja erstmal nur Spacenet. Ganz genau. Das gilt ja jetzt nicht für ganz Deutschland und für alle Provider und so. Jetzt könnten aber ja die Provider sagen, hey, da gibt es jetzt dieses Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster, liebe Bundesnetzagentur, machen wir nicht. Wir speichern auch nicht, weil Spacenet muss nicht und da gibt es das Urteil und wir machen das auch nicht. Ganz genau und man sieht diese Entscheidung aus Münster an, dass die genau das wollen. Also die Entscheidung, normalerweise sagt man ja, Richterinnen und Richter entscheiden immer nur den Fall, der gerade auf dem Schreibtisch liegt und zwar möglichst eng und alles was über den Fall hinausgeht, das nennt man so ein obiter Diktum. Ja, das ist also etwas, was nur bei der Gelegenheit mal ausgesprochen ist und da ist man sich auch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt oder wie es dann so die Bindungswirkung ist und so. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das ein obiter Diktum ist, sondern aber die Entscheidung ist ganz breit. Das heißt, sie bestellen überhaupt nicht auf den Einzelfall ab, sondern ganz im Gegenteil, sie erklären ausdrücklich und ausführlich, wieso diese ganzen Normen, die die Vorratsdatenspeicherung regeln, komplett europarechtswidrig sind. Und das finde ich macht deutlich, sie wollen eben eigentlich nicht nur den Fall Spacenet damit entschieden haben, sondern sie möchten mit ihrer Entscheidung deutlich machen, alle Provider, die zum VG Köln gehen und sagen, bitte ein, zwei, die Anordnung, ein, zwei nicht speichern. Alle diese Provider werden gewinnen. Das ist nach diesen Entscheidungsgründen überhaupt kein Zweifel. Aber Telekom etc. haben ja schon gesagt, machen wir nicht, wollen wir nicht. Naja, die Telekom hat ja auch einen ein, zwei, eine Anordnungsantrag eingereicht in Köln, das haben wir in der vergangenen oder zwei Wochen, glaube ich, besprochen. Da geht es aber nur um einen ganz bestimmten Ausschnitt aus der Vorratsdatenspeicherung. Die Telekom sagt, wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Das hängt zur Zeit noch in der ersten Instanz beim VG Köln. Da rechnet man aber jetzt jeden Tag mit einer Entscheidung. Interessant, denn das VG Köln hatte ja, wie gesagt, erstmal anders entschieden. Die werden jetzt ihre Entscheidung sehr wahrscheinlich anders treffen in dem Telekom-Fall. Also ich rechne fest damit, dass das VG Köln die Vorgaben aus Münster umsetzt und auch in dem Telekom-Fall sagt, ihr müsst nicht speichern. Und was heißt das dann? Also ist dann die Vorratsdatenspeicherung durch, weil kein Provider speichern muss? Wir müssen einen Zwischenschritt machen. Es muss jedenfalls zur Zeit jeder einzelne Provider zum VG Köln gehen und dort eine einstwürdige Anordnung beantragen, die sagt, hey, lieber Provider, du musst die Vorgaben der Bundesnetzagentur nicht umsetzen. Denn das ist der Witz. Mit Verweis auf VG Münster. Genau. Und das muss jeder Provider machen und dann wird er einen Beschluss bekommen aus Köln, in dem drinsteht, du musst nicht speichern. Und werden die das machen, die ganzen Provider? Das ist die spannende Frage. Interessanterweise habe ich schon E-Mails bekommen von Providern, die mich fragen, wie denn das jetzt geht. Ich darf denen natürlich keinen Rechtsrat geben, aber ich kann ihnen ja mal einen Tipp geben, wen sie fragen könnten. Das heißt also, es gibt jetzt interessanterweise gerade schon kleine Provider, die sagen, total geil, Vorratsdatenspeicherung, wir sind nicht mehr dabei. Wir sehen jetzt auch zu, dass wir uns einen Beschluss holen und uns befreien lassen. Das ist im Grunde, muss man sich vorstellen, fast wie so ein Opt-out. Also wie es ausgeht, ist schon klar, man muss halt nur noch diesen Antrag stellen. Aber es ist doch ein Eilverfahren und da gibt es auch noch mal ein Verfahren in der Hauptsache. Ja, aber interessanterweise wird in diesem Bereich noch gar kein Hauptsacheverfahren durchgeführt, sondern da hat man jetzt ein Eilverfahren, das regelt die Sache einstweilen und dann wartet man jetzt einfach drauf, dass die Vorratsdatenspeicherung ganz platzt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wie gehen denn eigentlich die anderen Provider damit um? Die Großen sozusagen. Genau, und da muss man schon mal sagen, Vodafone und Telefonica haben gesagt, sie wollen keinen Eilantrag stellen und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Denn ich sehe keinen Grund, warum die quasi freiwillig die Vorratsdatenspeicherung umsetzen sollen, wenn sie doch mit einem Antrag, der irgendwie in ein paar Seiten geschrieben ist, weil, wie gesagt, Sie können die Entscheidung aus Münster nehmen, Copy-Paste in Ihren Antrag packen oder vermutlich können Sie sie auch einfach darauf verweisen und sagen, wir jetzt übrigens auch nicht mehr mit freundlichen Grüßen Ihre Vodafone. Ist mir wirklich nicht klar, wieso Sie das nicht machen und ehrlich gesagt halte ich das auch rechtlich für sehr problematisch, das nicht zu tun, denn Vorratsdatenspeicherung kostet eine Menge Geld. Ja, ECO sagt, das kostet für alle Provider. Also Verband der Internet-Provider. Genau, sagt, dass die Vorratsdatenspeicherung 15 Millionen Euro kostet. Ich habe das nicht nachgerechnet, aber jedenfalls wird es auch für Vodafone ein paar hunderttausend Euro kosten und ich weiß gar nicht, wieso die die verschenken. Also wenn ich da Aktionär wäre, ich wäre stinksauer. Und was kann man da jetzt machen als Kunde beispielsweise, der bei Vodafone hängt oder Telefoniker und sagt, hier, ich bin bei euch Kunde, aber VDS will ich nicht? Genau, also da gibt es nur eins, da muss man jetzt auf jeden Fall Druck machen auf die Provider und die Provider auffordern, solche einen Eilantrag zu stellen beim Verwaltungsgericht in Köln, damit man eben von der Vorratsdatenspeicherung nicht betroffen ist. Wie gesagt, das rechtliche Risiko für die Provider ist nahe null, weil das OVG den Fall ja längst entschieden hat und wie gesagt mit Entscheidungsgründen, die für alle gelten. Das heißt, da geht man jetzt auch kein großes Risiko mehr ein. Das ist der eine Weg, also Kundinnen und Kunden sollten da einen Brief an ihre Provider schreiben, die Hotline anrufen, da muss man jetzt einfach Druck machen. Da müssen die Provider merken, A, wir haben ein rechtliches Problem, weil wir das Geld unserer Aktionäre verbrennen, wenn wir freiwillig Vorratsdatenspeicherung machen, obwohl wir nicht müssten, Stichwort Opt-out. Und B, das machen unsere Kunden nicht mit. Unsere Kunden wollen die Vorratsdatenspeicherung nicht, wir müssen das machen. Und könnt ihr da von der GFF was machen? Das ist das Ding, die GFF plant auch hier in diesem Bereich ein gerichtliches Vorgehen. Ich kann noch nicht zur Detailstellung nehmen, weil wir da gerade noch in der rechtlichen Detailprüfung sind. Was ich aber schon sagen kann, wir werden da auf jeden Fall eine ganze Reihe von Leuten brauchen mit unterschiedlichen Providern, die uns bestimmte Informationen geben und die gegebenenfalls auch bereit wären, eine Klage einzureichen. Insofern versuchen wir es jetzt mal mit einem kleinen Crowdsourcing, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr möglicherweise die GFF unterstützen wollt in einem Verfahren um die Vorratsdatenspeicherung, wobei euch natürlich keine Kosten entstehen. Völlig klar, das ist die Idee bei der GFF, dass für unsere Klägerinnen und Kläger keine Kosten entstehen. Aber wenn ihr euch vorstellen könntet, euch gegen die VDS zu engagieren mit der GFF gemeinsam, dann schaut bitte mal ab Samstagmittag auf unsere Homepage. Da haben wir unter freiheitsrechte.org slash VDS, wie Vorratsdatenspeicherung, freiheitsrechte.org slash VDS, ein Formular eingerichtet. Da könnt ihr eure Daten eingeben, die wir natürlich nur für diesen Zweck verwalten und nicht an irgendwelche bösen Datenhändler verkaufen und uns helfen, jetzt noch ein bisschen Druck zu machen, damit die Vorratsdatenspeicherung wirklich endgültig mal vom Tisch ist. Genau. Soviel zu dem Thema. Ich habe mir in der SZ noch einen interessanten Artikel zu dieser Frage gelesen, Abwägung von Sicherheit und Freiheit. Da hat Ira Katznelsen, ich hoffe ich spreche das aus, Politikprofessor an der Columbia University, wo du auch schon mal warst, mit anderen Autoren zusammen ein Governance Report 2017 geschrieben. Und ich finde, der hat da so vier Punkte aufgeschrieben, die man mal kurz referieren kann und die finde ich so eine gute Messlatte sind, um heranzugehen an die Frage, wie sollen denn liberale Demokratien mit wachsender oder zumindest aktueller Bedrohung durch Terror und andere Gefahren umgehen, ohne dauernd Freiheitsrechte zu verletzen und dauernd im Ausnahmezustand zu leben. Denn, das muss man sagen, Frankreich ist seit Nizza im Ausnahmezustand, in den USA herrscht Notstand, seit 2001 hat er geschrieben, seit irgendwie 11. September, das war mir auch nicht so klar. Und da hat er vier Maßgaben, sozusagen vier Thesen entwickelt, wie liberale Demokratien und freiheitliche Gesellschaften auf Notstände und Gefahr reagieren können. Das erste ist, sagt er, vorübergehende Maßnahmen und Dauerzustand sind klar auseinanderzuhalten. Also das sozusagen, wenn du Maßnahmen aufgrund von erhöhter Bedrohung durchführen willst und festlegen willst, dann müssen die vorübergehend sein. Es muss ein Verfallsdatum da sein, man kann dann verlängern, aber es darf nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mal und das bleibt erstmal bis auf weiteres so. Also sozusagen dieses Verfallsdatum muss eingebaut sein und der Geltungszeitraum muss klar genannt sein. Zweitens, weder Politiker noch Institutionen dürfen dauerhaft der Kontrolle ausgenommen sein. Also da meinte er halt beispielsweise, dass in den USA der Präsident immer mehr Macht bekommen hat und man so auch in anderen Staaten ja häufig dazu übergeht, ja, ja, mach du erstmal, sorg mal, liebe Institutionen für Recht und Ordnung und bis auf weiteres ist das dann so. Mehr oder weniger unkontrolliert. Wir haben oft über die Geheimdienste gesprochen. Das ist für mich, finde ich, ein klarer Fall, wo das nicht geht, wo man sagt, da ist eine Gefahr und deswegen brauchen wir die Geheimdienste. Ja, und so richtig kontrollieren können wir die und wollen wir die irgendwie nicht, finde ich, das ist in Deutschland in der Bundesrepublik ein gutes Beispiel, wo dieses Prinzip ausgehebelt ist. Drittens, für politische Entscheidungen zu Sicherheitsrisiken sollten klare rechtliche Standards gelten. Das, finde ich, ist ein No-Brainer. Ich weiß nicht genau, wo das nicht geschieht. Beispielsweise Vorratsdatenspeicherung vielleicht, beispielsweise Staatstrojaner. Also jedenfalls finde ich das Beispiele dafür, dass man nicht einmal versucht, das zu evaluieren. Also das ist bei der Vorratsdatenspeicherung besonders krass. Da gibt es nur ein Gutachten vom Max-Planck-Institut in Freiburg, das zu dem Ergebnis kam, man kann keinen Effekt nachweisen. Das heißt nicht, dass Vorratsdatenspeicherung gar nicht wirkt, nur man kann halt keinen Effekt zeigen. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, wie steht es denn dann um die Verhältnismäßigkeit? Und interessanterweise ist das ja in ganz Europa so. Also die EU-Kommission hat da alle möglichen Studien in Auftrag gegeben und egal wo, es kommt einfach nirgendwo was dabei raus. Und dann, und da muss man sagen, dann wird es irgendwann irrational. Also natürlich ist es auf den ersten Blick so, dass man denkt, hey, wenn wir diese ganzen Daten sammeln, dann kriegen wir die bösen Jungs. Das Problem ist, in der Praxis ist das nicht so. Und man kann sich dann natürlich die Frage stellen, wieso. Aber eigentlich wäre es ja rational zu sagen, okay, wirkt nicht, lassen wir sein. Oder man sagt zumindest, wir machen das jetzt mal zwei Jahre. Ja, hat man ja schon mal gemacht. Ja, wir hatten das sogar schon mal. Wir hatten das ja ein paar Jahre. Genau, Effekt war null. Das ist ja das Ergebnis dieses Gutachtens aus Freiburg. Die haben ja gerade die Situation vor der Vorratsdatenspeicherung und mit Vorratsdatenspeicherung verglichen. Und die Änderungen bei den Aufklärungsquoten waren irgendwie im Nachkommabereich, so 66,7 zu 66,9 oder so. Genauen Zahlen weiß ich nicht, aber irgendwie so diese Größenordnung. Und in anderen europäischen Staaten ist es genauso gelaufen. Und da würde man sagen, hey, normalerweise, wenn das irgendwie rational zuging in der Politik, würde man sagen, okay, Maßnahme, unglaublich grundrechtsintensiv, bringt gar nichts, lass mal sein. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Medikamententest. Du hast ein neues Medikament entwickelt und du weißt, das hat krasse Nebenwirkungen. Den Leuten fallen die Haare aus und es juckt die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite wird immer gesagt, ja, ist aber großartig, weil besiegt den Krebs. So, das testest du zwei, drei Jahre, alle Patienten tot, ja, Wirkung gegen Krebs null, aber sie hatten furchtbar Kretze. Würdest du das Medikament zulassen? Völlig klar, nein. Bei der Vorratsdatenspeicherung passiert genau das. Uns werden Wahnsinnseffekte versprochen, die treffen nicht ein, die Nebenwirkungen treten ein und die Politik sagt, ist scheißegal, wir machen trotzdem weiter. Das führt zum vierten Punkt, den er nennt, nämlich gründliche Auswertung im Nachhinein. Also jede Maßnahme, die von vornherein begrenzt war, muss im Nachhinein evaluiert werden und es müssen Konsequenzen und Lehren daraus gezogen werden. Und man kann nicht einfach sagen, ja, hat nicht funktioniert, keine Ahnung, ist halt vorbei oder wir verlängern es. Also es muss evaluiert werden. Das, finde ich, sind mal vier Messladen und vier Kriterien, die man an gutes staatliches Verhalten im Krisenfall anlegen kann. Genau, da gibt es ja auch gute Beispiele. Also nehmen wir zum Beispiel so das eine oder andere Sicherheitsgesetz, wo dann auch eine sogenannte Evaluationsklausel reingeschrieben wurde. Das gibt es ja durchaus. Der Professor Becker, ein Öffentlichrechtler jetzt von der Uni Mainz, mit dem die GFF intensiv zusammenarbeitet und der jetzt zum Beispiel auch das Urteil in Münster erstritten hat, der war gerade vor zwei, drei Jahren noch beteiligt an einer Kommission zur Evaluation von Sicherheitsgesetzen. Da gab es natürlich auch Streit um die Ergebnisse und wie die Statistiken zu deuten waren. Aber immerhin gab es da eine Kommission, die bestimmte Sicherheitsgesetze evaluieren sollte. Und das zum Beispiel ist bei den Staatssozialen auch nicht vorgesehen. Keine Evaluationsklausel. Wir kommen nochmal zum Tod von Helmut Kohl, beziehungsweise auf dieses Drama um seine Würdigung. Es ist so ein bisschen so der Übergang von der harten Politik und von den ethischen Grundsätzen des Rechtssetzens hin so ein bisschen auch zum goldenen Blatt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Also Kohl ist tot und die Frage ist jetzt, wie soll auf staatlicher Ebene seiner gedacht werden? Und üblicherweise passiert das immer in Deutschland mit einem Staatsakt, wo dann also mit großen Tamtam und alle staatlichen Institutionen zugegen sind und eben dem ehemaligen Bundeskanzler nochmal das letzte Geleit oder irgendwie so ein Abschied. Letzte Lehre erweitert. Ja, da habe ich jetzt gerade im Deutschlandfunk ein Interview gehört mit einem ehemaligen Intendanten des Westdeutschen Rundfunks, der schilderte, wie das zuging bei der Beerdigung von Konrad Adenauer. Konrad Adenauer war der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der sich unzweifelhaft große Verdienste erworben hat um die Neugründung Deutschlands quasi nach dem Zweiten Weltkrieg. Westintegration und so, also wirklich ein Staatsmann mit natürlich auch Ecken und Kanten und dunklen Seiten, aber jedenfalls ziemlich unumstritten ein großer Staatsmann. Da lief es so, dass es, der kam aus der Gegend von Köln, war auch mal Kölner Oberbürgermeister vor dem Zweiten Weltkrieg und der wurde also zunächst mal mit einem, mit einem großen, mit einer großen Messe, mit einem Requiem im Kölner Dom geehrt und dann wurde sein Sarg auf dem Rhein, ja, entlang gefahren. Das hat so ein bisschen was von den ägyptischen Pharaonen, ja, da wurden nämlich auch immer früher die Särge über den Nil geschippert und dann von Köln zu dem Ort, wo er sich hat beerdigen lassen und da standen irgendwie hunderttausend von Menschen am Rheinufer und so, also riesen Show, kann man nicht anders sagen. Genau, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Jedenfalls hat die Witwe von Kohl entschieden, dass es wohl keinen deutschen Staatsakt geben wird in Deutschland, sondern, soweit ich weiß nicht, sondern nur einen europäischen in Straßburg im Parlament. Und sie wollte, dass, eigentlich wollte sie, dass Merkel da nicht reden darf, sondern, nicht nur sondern, sondern auch Viktor Orban dort reden. Viktor Orban, so, der Anti-Europäer schlechthin, aber der hat ja auch Kohl mal besucht, als es ihm nicht mehr so gut ging und so. Also da weiß ich nicht so genau, was die beiden jetzt verbindet. Ich glaube, das ist eher so eine gemeinsame Feindschaft gegen Merkel und ihre Flüchtlingspolitik, die die beiden da zusammengebracht hat, ein komisches Paar. Jedenfalls ist jetzt so ein bisschen unklar, ja, wer hier eigentlich was will, ob das wirklich Kohls letzter Wunsch war, keinen Staatsakt zu kriegen in Deutschland und dafür halt einen europäischen Staatsakt zu machen in Straßburg. Ganz kann man sich das nicht vorstellen. Oder ob das einfach ein Rachefeldzug seiner Witwe gegen Merkel und auch gegen Steinmeier ist, der ja als Kanzleramtschef nach dem Ende der Kohl-Ära Ermittlungen eingeleitet hat. Ob es da Akten gelöscht wurden unter Kohls Regie im Kanzleramt, kam dann nix bei rum. Verdacht, Bundeslöschtage konnte nicht belegt werden. Aber das hat Kohl, Herrn Steinmeier, wohl sehr übel genommen. Also ob es da jetzt quasi von der Familie Kohl, beziehungsweise er von ihrer Witwe, so ein Racheakt gibt gegen Merkel und die herrschende Führung in der CDU. Das ist schon sehr bizarr. Ist schon sehr bizarr. Also ich finde das auch deswegen so bizarr, weil man sich irgendwie nicht so wirklich vorstellen kann, dass Helmut Kohl, der nun wirklich Jahrzehnte seines Lebens auch investiert hat in die Regierung Deutschlands und vorher in die Opposition im Deutschen Bundestag, dass der quasi mit Deutschland nichts mehr zu tun haben will. Natürlich hatte er einiges an Beefs am Laufen mit den derzeitigen Repräsentanten Deutschlands. Du hast auf seinen Konflikt mit Steinmeier hingewiesen. Angela Merkel hat ihn ja letztlich weggeputscht in der CDU. Er hat sie gefördert bis zum Gehtnichtmeier und am Ende ist sie diejenige, die ihm das Messer in den Rücken sticht. Das ist zwar richtig, aber ich meine, wir haben es ja vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, was ich mehr, haben wir es ja schon mal diskutiert, wieso das passiert. Ist ja nicht einfach so, sondern sie hat letztlich ihn deswegen auch zum Rücktritt gezwungen, weil er sich einfach gravierendes Fehlverhalten hat zu Schulden kommen lassen und nicht gemerkt hat, dass seine Zeit vorbei war. Also Angela Merkel hat im Grunde ausgesprochen, was alle wussten, was sich aber niemand mehr ihm zu sagen traute. Also man muss schon sagen, es ist jetzt ja nicht einfach nur ein Putsch gewesen, sondern Angela Merkel hatte extrem gute Gründe und eigentlich war eher das Problem, dass Helmut Kohl nicht von selber gemerkt hat, dass es jetzt mal Zeit wäre abzutreten. Also es ist aber auch eine sehr private Tragödie eigentlich, dass die Söhne von Kohl, die erst auszerstritten, die sozusagen mit ihm gebrochen hatten und jetzt wollten sie halt quasi ins Haus und ihren toten Vater nochmal sehen und das hat erst gar nicht geklappt, weil die Wirt für sie nicht reingelassen hat und dann sind sie aber reingekommen, haben wir jetzt aber Hausverbot. Also das ist richtig, richtig Drama, ich glaube ja, also das ist richtig, richtig Drama und dann habe ich aber auch noch einen interessanten Artikel im Spiegel gelesen, wo auch noch so ein paar merkwürdige Details über diese Witwe drin standen, dass angeblich sie, also was heißt angeblich, sie war Referendarin im Kanzleramt unter Helmut Kohl und musste dann angeblich dem Chef abends noch immer die Aktenlage erklären. Und dann stand im Spiegel, dass die Witwe, also die jetzige Witwe und damalige Referendarin die Kostüme von Kohls Frau von Hannelore aufgetragen hat, die sich zuvor umgebracht hatte. Dass sozusagen die Witwe, Maike Richter, die Kostüme der zuvor verstorbenen Ehefrau von Helmut Kohl aufgetragen hat. Das schreibt der Spiegel. Um Kohl zu gefallen, das steht im Spiegel. Also nochmal ganz deutlich, wir haben keine eigenen Erkenntnisse, wir geben nur wieder, was im Spiegel steht. Und das finde ich monsterbizarr, das ist Polanski-Niveau. Also das muss man sagen, das hat sowas, das wäre ja Fetischismus irgendwie. Also ganz, wie gesagt, können wir nur so wiedergeben, wenn es so stimmen sollte, wäre es bizarr. Ja, also ich finde das persönlich auch vor allem wirklich ein Drama, denn eigentlich ist doch so ein bisschen die Idee. Am Ende nochmal alle zusammen, oder? Ja, oder? Das muss man ganz ehrlich sagen, also eigentlich ist doch die Idee, dass man dann auf den letzten Metern irgendwie auch Frieden schließt und so ein bisschen gnädig ist miteinander und so. Danach sieht es nicht aus. Danach sieht es irgendwie nicht aus. So, wir haben noch ein paar Meldungen. USA setzt fünf deutsche Manager auf die Red Notice Liste von Interpol. Was ist die Red Notice? Liste von Interpol, also die werden schon länger in den USA per Fahndung gesucht. Jetzt hat die USA Interpol gebeten, sie eben auch international zur Fahndung auszuschreiben. Das bedeutet, in Deutschland sind diese fünf VW-Manager nicht in Gefahr, ausgeliefert zu werden, weil Grundgesetz verbietet, dass Deutsche ausgeliefert werden. Aber sobald die halt eine Grenze übertreten, irgendwie Österreich, Schweiz oder sonst wo hinreisen, droht halt ihnen, dass sie verhaftet werden und es droht ihnen, dass sie in die USA abgeschoben werden. Und dort müssten sie aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Gefängnisstrafe rechnen. So ist, glaube ich, aktuell die Lage. Das muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich eine harte Einschränkung, wenn du Deutschlands Grenzen nicht mehr verlassen kannst. Das sind halt fünf Familienmännische, enge Mitarbeiter und Vertraute auch von Martin Winterkorn, dem ehemaligen Chef von VW. Und Vorwurf ist klar, sie haben betrogen und gedreht, um eben diese Stickoxidwerte weit über die zulässigen Grenzen hinaus zu manipulieren. Da würde ich sagen, das ist ein harter Tobak, aber davon könnte sich die deutsche Regierung durchaus mal was abschneiden. Interessante Frage in dem Zusammenhang, die ich auch nicht beantworten kann. Würde mich interessieren, falls es jemand von den Hörerinnen und Hörern zufällig weiß, wie ist es denn eigentlich so im europäischen Ausland? Du sagtest gerade Schweiz und Österreich und so. Ich weiß gar nicht, also der Auslieferungsschutz für Deutsche gilt natürlich primär nur in Deutschland, weil mich würde sehr interessieren, ob es dazu eigentlich europarechtliche Regelungen gibt, ob dann andere Mitgliedstaaten der EU einfach so Deutsche verhaften und außerhalb des Schengen-Raums ausliefern können. Das ist das, was ich gelesen habe. Dass das so geht. Selbst so ein Wandertrip nach Österreich oder so, schon eine Gefahr ist. Einmal über die Grenze, schwupps. Das ist das, was ich so den Medien entnommen habe. Okay, also würde mich interessieren, weiß ich selber nicht, da kenne ich mich nicht mit aus, mit europäischem Auslieferungsrecht. Wir haben auch zu vermelden, dass die Brexit-Verhandlungen aufgenommen wurden. Da war so ein bisschen die Frage auch auf Twitter, ja, was haben sie denn jetzt beschlossen? Und im Lagezentrum hat jemand zusammengekehrt nicht so wahnsinnig viel. Es wurde relativ kurz verhandelt. Es gab eigentlich keine großen Themen. Im Kern hat dann Theresa May, glaube ich, vor oder nach den Verhandlungen, das weiß ich jetzt nicht genau, zugestanden, dass, sagen wir mal, EU-Bürger, die zu einem bestimmten Stichtag, wahrscheinlich Brexit-Referendum, wahrscheinlich mindestens Antrag auf Austritt aus der EU, nicht einfach aus Großbritannien rausgeworfen werden und auch ihre Rechte weitestgehend behalten können. Also sprich Krankenversicherung, Rentenversicherung etc. da weiter Mitglied sein dürfen. Das gilt als großes Zugeständnis, weil das natürlich eine große Sorge der EU ist. Was passiert eigentlich mit den EU-Bürgern, die jetzt in Großbritannien leben? Werden die rausgeworfen? Verlieren die eher die Rechte? Was passiert mit denen? Gilt natürlich genauso für die britischen Bürger im Resteuropa. Also das ist wild immer so dargestellt, als sei das vor allem eine Sorge für die Europäische Union. Das ist insofern richtig, als einfach mehr EU-Bürger in Großbritannien sind als andersrum. Aber im Ansatz haben natürlich auch die Briten Interesse daran, dass sie ihren Status zum Beispiel in Spanien nicht verlieren. So, genau. Also dann wurde da wohl vereinbart, dass jetzt pro Monat eine Woche verhandelt werden soll. Die Uhr tickt, das ist klar. Mehr gibt es da glaube ich erstmal nicht zu vermelden. Wobei man sagen muss, dass die Einigung auf den Zeitplan klingt jetzt erstmal wie, wir haben ja nur über die Tagesordnung geredet und nach einer Stunde schon wieder Schluss gemacht. Ganz so ist es auch nicht, denn das ist schon ein zentrales Problem gewesen, in welcher Reihenfolge die eigentlichen Themen adressiert werden. Da gab es im Vorfeld großen Streit und ich habe den Zeitplan jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob da überhaupt öffentlich ist, aber dass man sich überhaupt auf einen Zeitplan geeinigt hat, ist schon ein Schritt nach vorne und es war für diesen ersten Auftakt der Verhandlung auch nicht mehr vorgesehen als eine Einigung über den Zeitplan. Insofern, das muss man reativieren, das klingt erstmal nur nach Formalien, aber das waren schon dicke Bretter, die da gebohrt wurden. Und insofern würde ich sagen, kann man den Auftakt der Brexit-Verhandlungen durchaus als gelungen bezeichnen. Dann ist Herr Warmbier zurückgekehrt aus Nordkorea und sofort, mehr oder weniger sofort, nach seiner Rückkehr in die USA gestorben. Das war ein Student, glaube ich. Das war ein Student, das ist eine ganz bizarre Geschichte. Das ist eine wirklich ganz bizarre und dramatische Geschichte. Genau, ein Student aus den Vereinigten Staaten, der mit einem Organisator von Abenteuerreisen nach Nordkorea gereist ist und dort in seinem Hotel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Propaganda-Plakat von der Wand mitgenommen hat. Irgendwie so nordkoreanisch-kommunistische Propaganda irgendwie als Souvenir. Das fand er einfach irgendwie cool, weil das so bizarr war. Ja, und das war gar nicht gut. Das wurde ihm nämlich als Sabotage ausgelegt. Diebstahl, glaube ich, auch. Ja, aber irgendwie auch als, wie gesagt, als quasi Propagandatat, als Sabotage an kommunistischem Eigentum, was der Himmel. Und im Ergebnis jedenfalls bekam er dafür 15 Jahre Arbeitslager, was in Nordkorea wohl quasi gleichbedeutend einem Todesurteil ist. Und in der Tat jedenfalls war er, als er dann aus Nordkorea entlassen wurde, schwerst Hirn geschädigt. Ist also schon bewusstlos in die USA zurückgekehrt. Das nordkoreanische Regime hat es so dargestellt, dass sein Unfall gewesen sei, dass er also quasi an einer Medikamentenvergiftung gelitten habe. Ich glaube, die Eltern, deswegen ist er jetzt an diesen Hirnverletzungen auch gestorben, amerikanische Mediziner sagen, dass diese Idee mit der Tablette nicht so wahnsinnig plausibel sei, sondern dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass er eine Weile mal keine Luft bekommen hat, keinen Sauerstoff bekommen hat. Wie auch immer das zustande gekommen ist, wir wissen es nicht. Jedenfalls haben die Eltern sich entschieden, dem auch nicht weiter nachzugehen. Das heißt, die Eltern haben sich entschieden, dass er nicht obduziert werden soll und haben angegeben, dass sie sich immerhin freuen, dass er jetzt in der Heimat beerdigt wird. Genau, da war jetzt die Sorge, ob der amerikanische Präsident Trump plodiert und irgendwie das zum Anlass nimmt und sofort einen Gegenangriff startet. Aber das ist zumindest bisher nicht passiert. Also der scheint da relativ ruhig zu bleiben, obwohl das natürlich eine dramatische Geschichte ist. Ja, er ist ja auch nicht der einzige Amerikaner, der in nordkoreanischer Haft ist. Es gibt doch eine ganze Reihe weiterer Inhaftierter, deren Geschichte kenne ich nicht. Aber der Deutschlandfunk jedenfalls wusste zu berichten, dass die Umgebung von Donald Trump ihn auch gerade wegen der anderen Amerikaner in nordkoreanischer Haft bedrängt habe, doch jetzt bitte angemessen zu reagieren und eben nicht, wie du sagst, zu Trump plodieren. Ich war diese Woche noch, vielleicht kurz, weil wir da auch öfter drüber gesprochen haben, auf einer ganz interessanten Konferenz vom Bundesverband der Deutschen Architekten. Da ging es um den Schulbau und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil wir da ja auch schon öfter drüber geredet hatten und über dieses Investitions, also sozusagen diese Zahl auch gesprochen hatten. Wenn man alle deutschen Schulen von 0 auf 100 auf den neuesten Stand bringen will, dann wäre man ungefähr bei 32 bis 36 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz und dann habe ich da vor Ort mal ein paar Leuten gesprochen, was denn so der Stand ist und wie das denn so gehen soll. Und da war nicht ganz interessant die Erkenntnis von einem Mann, Martin Zornedden, der ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Urbanistik. Der befragt die Kommunen immer so, wofür sie so ihr Geld ausgeben und was sie so ausgegeben haben und ausgeben wollen. Und da kam raus, dass die Kommunen tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr Geld für Schule ausgeben, zuletzt 5 Milliarden, jetzt zuletzt dann auf 6,3 Milliarden pro Jahr hoch in die Schulen. Also er sagt, es ist grundsätzlich eine positive Entwicklung, aber wir haben auch aus den Befragungen ermittelt, dass der Finanzbedarf, um sozusagen mit einem Mal alle Investitionsrückstände zu beseitigen, zwischen 32 und 38 Milliarden Euro liegt und bei einer Investition von 6 Milliarden kann man sich ausrechnen, dass es etwas länger dauert. Aber er sagt, das Geld an sich ist momentan nicht das Problem, das scheint es zu geben. Viel problematischer ist, dass es nicht kontinuierlich fließt, sondern dass die Kommunen halt so mal irgendwoher Geld kriegen, dann können sie was ausgeben. Dann ist aber auch wieder kein Geld da und wann Neues kommt, ist irgendwie auch unklar. Er sagt, wenn die wissen, dass sie auf Dauer finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um eben auf diesem Feld tätig zu werden, in dem Moment kann ich meine Personalausstattung darauf einrichten. Ich kann meine mittelfristige Finanzplanung auf entsprechende Investitionen ausrichten, was dann auch heißt, dass zum Beispiel die Wirtschaft erkennen kann, was in den Städten geplant ist und sich auch ein bisschen darauf einstellen kann. Also diese mittel- und langfristige Kalkulierbarkeit ist ein zentrales Element, wenn die Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden sollen. Nur dann können sie halt Planer einstellen, nur dann kann die Wirtschaft planen, nur dann können die Kommunen auch Kompetenzen, Bauingenieure etc. aufbauen, um wirklich kontinuierlich auch Schulen bauen zu können. Denn momentan fehlt es an Planern, weil es halt irgendwie in Berlin zum Beispiel auch in den Behörden jahrelang zusammengestrichen wurde. Jetzt kommt Geld, aber es ist keiner da, um Schulen zu planen und das wirklich umzusetzen. Das klingt furchtbar ineffizient. Das ist super ineffizient und dann meinte er, das muss sich ändern, man muss einfach eine Planbarkeit für die Kommunen reinkriegen in diesen Geldfluss. Und dann war die Diskussion ja, wie sollen denn diese Schulen eigentlich aussehen, die da gebaut werden? Und da waren sich auch alle einig, dass die Ansprüche völlig andere sind, als sie in der Vergangenheit waren. Du sollst Teamwork machen, die Klassen sollen Teamwork machen, die Schüler sollen individuell betreut werden, sie sollen aber auch selbstständig in Gruppen arbeiten. Du hast neue Berufsbilder, die in die Schulen kommen, Quereinsteiger, du hast Inklusion, also Menschen mit körperlichen Einschränkungen sollen betreut werden. Da kommen neue Berufe rein, die das tun und da müsste ich sozusagen die Schulen, Schulgebäude veranpassen und unterm Strich war es einfach so, eine neue Schule muss aussehen wie ein Startup-Hauptquartier. Da sehen Sie hier eine Schule in Holland, ganz links an der Ecke können Sie Seekontainer sehen. Das könnte auch das Headquarter von Airbnb sein oder von Google, in dem Wohnwagen oder solche Seekontainer als Anlässe vielfältiger Lerngelegenheiten einfach so zur Verfügung gestellt werden. Dahinter steckt eine Idee, dass Lernen und Arbeiten einfach etwas ist, das in den Umgebungen stattfindet, die ad hoc gewählt werden und das Interessante ist, dass da Lern- und Arbeitswelten in sehr ähnlicher Weise sich gerade entwickeln, weil es das gleiche Thema ist. Also Open Space ist auch sozusagen so Sichtcontainer, wie es dann so hieß, wo dann Schüler sich auch ad hoc einfach versammeln können und sagen, wir wollen was machen, wir brauchen einen Ort, Bums, machen wir da. Wir sollen nicht auch zurückziehen können und einer aus dem Kölner Schulverwaltungsamt, der sagt, wir haben jetzt so zwei Pilotschulen am Start, naja und dann stehen da halt Sitzsäcke rum. Wenn Sie aber da so ein bisschen Möbel zur Verfügung stellen, wo man auch ein bisschen chillen kann, wenn die Atmosphäre stimmt, dann sind wir wieder beim Lern- und Lebensort, dann wird das auch angenommen. Und es kann uns doch egal sein, ob die Schüler auf diesen Möbeln hängen, sitzen, liegen, aufsache sie arbeiten. So, also diese Schule der Zukunft ist eher sowas Offenes, weißt du, ohne Flure, sondern mit vielen Orten, an denen man sich halt spontan zusammentun kann. Das war so ein bisschen Bottomline von dieser Konferenz, fand ich ganz interessant, kann man mal verlinken, ich habe da auch einen Beitrag dazu gemacht, da gibt es auch ein paar Rot-Töne. Sehr gut. Dann, diese Woche natürlich, Hauptthema in Berlin, morgen kommen die Pandas. Die Pandas? Ja, wir haben zwei Pandas. Also quasi Pandas mit Migrationshintergrund, die werden jetzt eingeflogen. Genau, die sind jetzt unterwegs, Freitagabend, landen morgen irgendwie früher Nachmittag in Berlin aus China. Großes Tamtam, zwei Pandas, die einzigen dann, die in deutschen Zoos zu besichtigen sein werden. Und viel Aufregung hat natürlich diese Panda-Bude, der Panda-Palast verursacht, weil dessen Errichtung 10 Millionen Euro gekostet hat im Zoologischen Garten zu Berlin. 5000 Quadratmeter, Panda-Pavillon mit Bambus und so ein bisschen chinesisches Ambiente und große Panoramarscheiben, weil die beiden leben ja getrennt, die beiden Pandas. Die sind nur verbunden durch einen Liebestunnel. Nicht wirklich. Doch, die leben getrennt, weil sie sind Einzelgänger und wollen eigentlich mit anderen Pandas nicht so viel zu tun haben. Aber es sind schon Männlein und Weiblein. Männlein und Weiblein, genau. Männlein lebt auf der einen Seite, mehr oder weniger abgeschottet auf 1000 Quadratmeter Grund mit viel Bambus und Fluss und Höhle. Und das Männchen und das Weibchen lebt auf der anderen Seite, getrennt durch so ein Pavillon. Und wenige Tage im Jahr wird dann der Liebestunnel geöffnet und dann hoffen halt alle, dass die zueinander kommen und vielleicht ein, zwei kleine Panda-Bärchen dann hervorkommen, die dem Zoo dann aber auch nicht gehören werden, sondern die dann wahrscheinlich zurück nach China müssen. Und das ganze Ding hat halt 10 Millionen Euro gekostet, plus, dass diese Pandas auch nicht umsonst sind, sondern die sind erstmal für 15 Jahre da und kosten jedes Jahr 960 Millionen Euro. Jedes Jahr. Also, wow. Ein paar hunderttausend jeden Monat. Zoo sagt, das ist viel Geld, geht an die Chinesen und ich habe dann auch mal mit der Pressesprecherin gesprochen und ich dachte immer, das wären Steuergelder, aber siehe da, das ist ja eine AG. Der Zoo. Der Zoo ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, also die zahlen keine Steuern oder sehr wenig, glaube ich, deswegen gemeinnützig, aber weil sie halt auch, finde ich, einen, sagen wir mal, gemeinnützigen Dienst verrichten, finde ich das schon okay, aber sie kriegen Leben nur von Eintrittsgeldern, Spenden und Vermächtnissen. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Und so, und die sagen, ja, das wird sich schon irgendwie rechnen, ich meine, das ist natürlich ein Magnet, die Leute werden dahin pilgern und so, aber die sagen. Aber 10 Millionen? 10 Millionen, 10 Millionen, also ist schon, ist schon eine Ansage, oder? Ist schon eine Ansage, also die haben gesagt, wir können das aber stemmen, ich bin gespannt, kommt morgen an und die Kekse warten, die essen nämlich zu 99 Prozent Bambus, aber ein paar Zusatzstoffe brauchen sie. Kekse. Und die kommen durch Kekse zu ihnen. Und zwar chinesische Kekse. Chinesische Kekse. Glückskekse. Also, die Zoo-Leute haben sich das Rezept aus China besorgt und haben jetzt immer Probe gebacken. Und diese Probekekse wurden aber angenommen von den beiden? Bisher noch nicht, man weiß es ja nicht, weil sie sind ja noch nicht da. Ach so, okay. Nicht, dass da eine Kekslücke entsteht. Morgen sind wir schlauer. Ich würde sagen, das war die Lage. Wir sollten ganz zum Schluss noch ein bisschen was zum Lagezentrum sagen. Wir haben das am Anfang angekündigt, also unsere Community-Redaktion, da haben einige mitgemacht. Und wir waren natürlich sehr gespannt, A, wie ihr das annimmt, B, was ihr reinschreibt, C, was uns das bringt, was das für unseren Workflow bedeutet, was ist denn so dein Zwischenfazit? Also mein Zwischenfazit ist erstmal das Feedback aus der Community, war sehr, sehr gut. Ich hatte den Eindruck, echt viele Leute fanden, dass das eine schöne Idee ist. Ein paar Leute sagten, hey, ich spende euch doch per Überweisung was und jetzt kann ich nicht mitmachen am Targetzentrum. Und da müssen wir nochmal drüber nachdenken, muss man sagen, wir haben noch keine perfekte Lösung für dieses Problem. Ich wollte jetzt erstmal nur sagen, wir sehen das, das gilt ja auch für andere Benefits, denn eigentlich sind Überweisungen natürlich am allerbesten, wenn man ganz ehrlich ist. Und dass wir jetzt die Leute, die uns eigentlich den allergrößten Gefallen tun, nur mit dem, sagen wir, Teilen der Benefits, nicht optimal. Schwierig ist natürlich aber auch so, muss man sagen, dieser Dienst, Memberful, den wir da nutzen, hat natürlich auch ein paar Vorteile für uns, was den Workflow angeht und so. Und wenn wir da jetzt einfach sagen würden, so einen automatisierten Mechanismus, alle, die einen Dauerauftrag machen, kriegen da ein Abo, aber Memberful kriegt keine Gebühren. Ist irgendwie auch unfair. Ist auch nicht fair. Ja, so. Wir denken immer drüber nach. Es gibt noch keine perfekte Lösung. Lagezentrum. Aber eigentlich ist Lagezentrum, ich fand, das hat relativ gut funktioniert, ist es jedenfalls gut angenommen worden. Viele Leute haben was reingeschrieben. Es ist natürlich so, auch für uns, das ist noch was, was man sich angucken muss. Diese Woche war bei mir beruflich sehr intensiv, deswegen habe ich auch nur immer mal so reingeschaut, gebe ich offen zu. Deswegen, gerade auch von meiner Seite, ich mache ja so ein bisschen den Community Manager bei uns, nochmal der deutliche Appell, es ist total lieb, wenn ihr euch viel Mühe gebt und lange Texte schreibt. Aber wir müssen das ja auch alles lesen und durcharbeiten und vor der Sendung daraus ein Pad bauen. Und deswegen, das ist eigentlich nicht ganz in unserem Sinne, wenn ihr ausführlichere Texte schreibt. Wie gesagt, wir sehen, ihr habt euch echt Mühe gegeben diese Woche. Wiegelstriche mit Facts oder sowas. Also Stichworte und Links, das ist eigentlich der Plan. Also wenn jemand sich so eine lange Analyse schreibt, das ist total nett, aber es ist halt einfach eigentlich nicht der Plan, denn wir müssen die ja nochmal nachvollziehen. Also wenn ihr uns eine Inhaltsangabe schreibt, zum Beispiel jetzt vom SPD-Steuerkonzept, das können wir ja nicht eins zu eins übernehmen. Wir müssen das ja ohnehin nochmal selber nachvollziehen. Ja und das finde ich ist auch eine konzeptionelle Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn ihr quasi Fakten recherchiert und die dort auch meinetwegen super kurz, knackig präsentiert, sodass wir die gut verwenden können, dann hat sich jetzt die Frage gestellt, können wir das denn jetzt einfach so übernehmen? Ja, wir brauchen Quellen, das ist der Punkt. Aber dann müssen wir trotzdem nochmal nachchecken. Ja, wir müssen auf jeden, wir brauchen, deswegen sage ich ja, es ist total lieb, wenn ihr euch die Mühe macht, aber es ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, weil es lange dauert, das durchzuarbeiten, wenn ihr lange Texte schreibt. Und wir müssen es eh nochmal nachrecherchieren. Also am allerliebsten Stichworte, kurze Argumente und Links, das ist das allerbeste. Dann können wir nämlich die Dinge selber kurz nachchecken. Das ist, finde ich, so ein bisschen auch eine Frage der journalistischen Ethik, dass man die Sachen nochmal nachprüft. Da ist die Frage so ein bisschen, was wir gerne hätten. Also die Fakten sind das eine, die müssen wir aber sowieso nochmal nachchecken. Wir hatten das aber auch gemacht, weil wir gemerkt haben, hinterher, nach der Sendung, in den Kommentaren kommen auch gute, es sind ja nicht nur Fakten, die dann da kommen, sondern es kommen ja auch gute Ideen und Sichtweisen. Und beispielsweise Steuerkonzept, frage ich mich jetzt gerade, wenn jemand da einen bestimmten Blickwinkel drauf gehabt hätte, einen guten, hätte uns das was gebracht? Ach klar, wenn da jetzt zum Beispiel ein Argument gekommen wäre, nur mal so willkürlich rausgegriffen. Die Idee mit dem eingeschränkten Splitting, die ist europarechtswidrig, weil bla. Und dann Link auf eine, keine Ahnung, EU-Steuerverordnung. Oder so, ja. Sowas. Das hätte uns natürlich weitergeholfen. Dann hätten wir natürlich das prüfen müssen, aber es wäre ein Aspekt gewesen, auf den wir sicherlich sonst nicht gefunden haben. Vielleicht ist das dann auch eher der Appell, die Basic Facts, da wir die ja eh alle selber recherchieren müssen, dass uns vielleicht im Lagezentrum die Basic Facts gar nicht so primär interessieren. Also die eigentlichen Nachrichten, ja, also klar, Link ist super, da müssen wir den Link nicht suchen. Also Steuerkonzept, SPD, bam, PDF hat er gemacht. PDF verlinken ist super, genau. Das ist, genau das hilft, da müssen wir nämlich nicht selber googeln. Genau, draufklicken, sehen wir, super. Ja. Ja, die Basic Facts dann im Spiegelstrich rauszuschreiben aus diesem Paper, auch gut. Wenn dann aber zum Beispiel noch jemand, also das, was wir jetzt gemacht haben, die Reaktionen rauszunehmen. Ja. Ja, wenn jetzt da noch jemand gesagt hätte, Reaktion. Link, Link, Kerstin Gammelin in der Süddeutschen, Link, FAZ sagt das. Das wäre auch noch mit einem Zitat, das herauskopiert ist. Also das müssen wir noch mal, das müssen wir noch ein bisschen feintunen. Das muss ich ein bisschen einspielen, ein bisschen feintunen, was für uns da von größtem Nutzen ist. Erstmal fand ich das gut, also ich fand toll, also wie gesagt, allein nur das Steuerkonzept als PDF dort zu finden. Fand ich gut, das war super. Hat total geholfen. Also Links sind, ganz ehrlich, um das deutlich zu sagen, Links mit einem Satz dazu, was wir finden, ist immer super. Auch zu den Brexit-Verhandlungen war auch ein kurzer Eintrag, auch ganz kurz, verhandelt wurde eigentlich nicht viel, wurde einmal pro Woche pro Monat, einmal eine Woche pro Monat sollen wir uns treffen, Bumm, Link zur Tagesschau, zack. Das ist super. Genau, das hat total geholfen. Genau, ihr könnt ja auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr euch das vorstellt, aber erstmal finde ich, ist das ganz gut angelaufen. Genau, und vor allem total nett, dass ihr euch die Zeit und die Mühe gemacht, das muss man ja auch mal sagen. Also das hat, also was jedenfalls gut funktioniert hat, ist so diese Idee, dass es dann einfach ein Stück weit unsere gemeinsame Sendung auch ist. Dass die Leute so ein bisschen sich mit engagieren für die Sendung, das hat mir jedenfalls schon mal super viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ja. Und dein Sohn ist begeistert. Ja. Mein Sohn ist ja angetan, wollte unbedingt wieder hin. Hat der nicht so einen Vortrag gehalten? Ja, der hat letztes Jahr einen kleinen Vortrag gehalten und dieses Jahr auch wieder einen kleinen Vortrag. Der hat einen Tor gehalten? Cool. So, ja. Würde ich ja gerne mal sehen, aber darf ich nicht, ne? Dürfen wir nicht rein. Dürfen wir nicht rein. Gibt es ein Video hinterher? Das weiß ich, also privat sicherlich. Privat. Ob ich es dann poste. Nein, nein, nein. Das glaube ich eher nicht. Nee, nee, nee. Ist eher so Vaterstolz. Ist Vaterstolz. Verstehe ich gut. So, danke, das war die Lage für diese Woche. Ist ausführlich und abschließend erörtert, würde ich auch sagen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir hatten ja eine ganze Reihe von Anregungen, wo wir uns wirklich freuen würden, wenn ihr nochmal drauf eingeht. Habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, uns zu helfen gegen die Vorratzeitserspeichung, uns jetzt der GFF, schreibt eure Superdaten auf unsere Seite freiheitsrechte.org. Slash VDS, würden wir uns sehr freuen. Und genau, wenn euch die Lage gefallen hat, freuen wir uns auch über ein paar Sternchen bei iTunes. Und in diesem Sinne. Dauerträge, super. Also da gehen mittlerweile echt viele ein. Ja. Können immer noch mehr werden. Aber macht Spaß. Küchenschule Plus könnt ihr euch auch klicken. Insofern. Super, vielen Dank. Das war es für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao.